Oh, das gibt's ja nicht! Unglaublich! Berührung! Ausgedrückt! Rausgedrückt! Beide Mercedes scheiden aus! Und was ist das denn? Ein Verrückter wieder! Das erinnert uns an Hockenheim, der steht mit Fahrbahn bei 300! Hallihallo und ein herzliches Willkommen zum AFK-Asphaltgeflüster-Podcast zum großen Preis von Frankreich in der Formel 1 zum Jahre 2022. Den bespreche ich natürlich wie immer mit dem Werten Alex. Hallo Alex! Hallihallo! Ich habe mir jetzt keinen doofen Spruch zu Frankreich ausgedacht, fällt mir gerade ein. Mir fällt auch spontan nichts ein. Aber ich bin auch dabei. Genau, genau. Also, Frankreich, unser allerliebster farbiger Parkplatz. Ja, und nach Österreich stand natürlich schon die Frage im Raum, kann Ferrari noch ein paar Parkett nachlegen oder nicht, ne? Haben sie! Hervorragend! Hat alles super geklappt! Ja, war warm dieses Wochenende, ne? Auch in Frankreich. Also scheinbar haben die Reifen ja so wirklich vor allem in den Anfangstagen so ein bisschen dahingeschmolzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und, äh, ja. War auf jeden Fall ein bisschen was los. Ähm, würde sagen, wir fangen einfach wieder an. Ganz normal, äh, Podcast findet wieder ganz kurz nach dem Rennen statt. Was haben wir denn jetzt? Gute halbe, dreiviertel Stunde nach dem Rennen, ne? Haben wir irgendwas, was irgendwie so im Nachgang nochmal angeschaut werden könnte? Ich glaube nicht wirklich, ne? Nö, ich habe jetzt auch nichts mitgekriegt. Vielleicht eine Kleinigkeit, aber, ne, ich gehe nicht davon aus, dass da nochmal was angeschaut wird. Ja, ähm, das vielleicht so am Rande. Und, ja, wir steuern da so allmählich auf die Sommerpause zu. Das heißt, das ist jetzt quasi der, das zweitletzte Rennen vor der Sommerpause. Also, es folgt ja danach nach Ungarn dann eben kommende Woche. Boah. Und dann würde ich sagen, dann steigen wir doch schon mal ins Wochenende ein. Ähm, wie immer. Gerüchte, Neuigkeiten. Hast du denn was bei dir auf dem Zettel stehen? Ne, aber du hast jede Menge. Dann arbeiten wir erstmal dein Zeug alles ab. Jede Menge. Naja. Es geht, es geht. Also, es sind genau drei Punkte. Ja, ähm, eine Geschichte, die, ja, die vergangene Woche, glaube ich, vorgefallen ist. Oder was ist vorgefallen? Das war halt einfach ein News-Post und ein Social-Media-Post von Daniel Ricciardo. Da ist ja auch schon so ein bisschen seit Wochen im Raum. Ja, was ist denn jetzt mit dem? Ende der Saison. Fährt er weiter? Fährt er nicht weiter? Wenn ja, wo geht er hin? Bleibt er mit McLaren? Will McLaren ihn überhaupt nicht? Und interessanterweise hat sich scheinbar Daniel Ricciardo genötigt, ja, gefunden, dass er selber mal ein Statement absetzen muss. Hat gemeint, er fährt nächstes Jahr auf jeden Fall für McLaren weiter. Und das hat mich schon so ein bisschen verwundert, dass sich ein Daniel Ricciardo so ein bisschen aus der Reserve locken lässt von diesen ganzen Gerüchten. Und dann dachte ich mir so im zweiten Moment, ja, das ist ja schön, dass er das dann so als Statement rausgibt. Solange halt das Team das Ganze nicht offiziell bestätigt oder halt selber ein Statement rausgibt, dann ist es ja nicht die Tinte wert, auf dem es geschrieben ist, ne? Ja, es ist ja bekannt, dass in der Formel 1 die Verträge immer sehr, sehr, sehr ernst genommen werden. Also da passiert nie was Überraschendes. Ich bin mir nicht so sicher, ob Ricciardo nächste Saison noch bei McLaren fahren wird. Genau. Also er hat wohl offiziell ja noch einen Vertrag für 2023. Aber ja, ob dann McLaren tatsächlich daran festzahlt, muss man dann eben, ja, abwarten. Genau. Es gab ja aber auch Gerüchte, dass vielleicht jemand anderes da in das Cockpit reinkommen könnte. Beziehungsweise jemand anderes hat dann auch noch so erste Signale gegeben, dass er jetzt doch vielleicht nochmal weitermachen möchte. Sebastian Vettel. Also da ist er auch noch im Raum. Was macht der denn 2023? 2023? Aber es gibt wohl, also er hat jetzt wohl auch Statements so abgegeben, so nach dem Motto, ja, er würde schon noch ganz gern weiter Formel 1 fahren. Die Frage ist halt, was will er noch erreichen in der Formel 1? Und macht ihm das Spaß da mit dem Aston Martin dann? Gerade so, um einzelne Punkte mitzufahren. Und wie ist die Aussicht bei dem Team? Weil Stand jetzt, seitdem das jetzt wirklich Aston Martin ist, geht es ja nur steil bergab. Und ich habe mir schon vorgestellt, wie er nächstes Jahr auf dem Greenpeace-Schiff durch die Gegend schippert und gegen die Walejagd hier vorgeht. Okay, dann scheint er wohl doch nochmal wieder Umweltverschmutzung begehen zu wollen. Ich hoffe, brede ich nächste Saison dann nicht wieder so enorm davon. Ja, muss man mal gucken. Aston Martin ist ja scheinbar auch daran interessiert, Vettel zu halten. Auch das interessant. Gut, wahrscheinlich ist es aber auch tatsächlich so, wen hätte Aston Martin jetzt als Alternative genommen? Hey Moment, die haben Lance Troll. Laut Papa ist es einer der besten Fahrer im Feld. Also der kann auch... Das Ding ist halt, weil sie ja Lance Troll haben, müssen sie ja irgendeinen vernünftigen Fahrer auf den zweiten Platz setzen. Ich meine, guck dir das an, Lance Troll, der ist mindestens scheinbar genauso gut wie ein Vettel, der viermaliger Weltmeister ist. Und Lance Troll ist ja knapp davor, diesen Rekord zu brechen von Vettel. Ja, fehlt nur noch ein kleines Upgrade am Auto. Vielleicht. Hat er eigentlich schon mal gewonnen? Nee, ne? Bester Platz vor drei, oder? Äh, lass mich überlegen. Das ist das, was... Nee, war ja überhaupt schon mal... Doch, auf dem Podium war der ja schon mal. Ja, ja, im Parkour. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt zweiter Platz oder dritter Platz war. Nee, dritter war das, glaube ich. Das war, da war er kurz vor Schluss noch von Bottas, glaube ich, überholt wurde damals. Ja. So oft ist das Ziel quasi noch, ja. Also sagen wir es mal so, von seiner Leistung her würde ich Vettel zutrauen, dass er da noch ein Jährchen zwei dazuhängt. Ich meine, schlecht ist er jetzt nicht. Er ist jetzt nicht in absoluter Topform, behaupte ich jetzt mal. Aber er ist auf jeden Fall besser drauf als letztes Jahr. Und... Ja, das stimmt. Ob er sich jetzt erst Martin nochmal antut, weiß ich nicht. Weil die werden voraussichtlich nächste Saison auch nicht irgendwie da vorne mitfahren. Ob jetzt McLaren einen Vettel haben möchte, das weiß ich wiederum auch nicht. Weil die sind auch zukunftsorientiert. Und dann wird es halt schon wieder eng. Genau, das ist es halt. Warum sollte McLaren sich jetzt noch ein Vettel ins Auto holen? Weil Vettel, also jetzt sind wir mal ganz ehrlich, der wird jetzt auch nichts mehr ewig fahren. Der wird vielleicht jetzt noch ein, zwei Jährchen, schätze ich, machen und dann ist Ende im Gelände. Er kommt ja auch so langsam ins Alter, wo man dann mal so drüber nachdenken könnte, aufzuhören. Also egal, wie lange er jetzt noch selber fahren will. Irgendwann ist halt auch mal der Zenit überschritten. Aber gut, müssen wir mal abwarten. Das ist auf jeden Fall so das, was jetzt so an dem Wochenende da eben bei rumgekommen ist. Ja, was gab es noch? Es gab neue Upgrades, natürlich. Die Teams machen momentan ständig ja neue Upgrades. Ferrari hat mal wieder was mitgebracht, diesmal einen neuen Unterboden. Das hat aber auch so einen kleinen Hintergrund offensichtlich. Denn es gibt wohl aktuell immer wieder so Gerüchte, dass es da so Regelverstöße gibt bei Red Bull und Ferrari mit den Unterböden. Dass sie wohl nur ein bisschen zu flexibel sind. Man hat es ja schon bei Frontflügel gehabt, bei Heckflügel gehabt, bei allen möglichen beweglichen Teilen. Und jetzt sind scheinbar die Unterböden dran. Da gibt es wohl dann auch nochmal eine Regelklarstellung demnächst. Und Ferrari hat da wohl schon mal vorgebeugt. Ich kann sowas mittlerweile nicht mehr verstehen, dass jedes, also ich weiß nicht, die FIA, die hat das doch vorgegeben, wie weit, wie was zu machen sein darf. Und ich verstehe nicht, warum die nicht einfach mal eiskalt durchgreifen. Jedes Team, das sich nicht daran hält, die, keine Ahnung, Unterboden zu flexibel, Flügel zu flexibel, was es sonst noch alles gibt. Ja, dann werden sie halt für das Rennen disqualifiziert. Punkt. Dürfen gar nicht starten. Die Frage ist halt, das war ja damals bei den Flexi-Wings ja auch immer das Problem, diese Messmethoden, die die FIA da anlegt, die bestehen die Teams ja. Das heißt, nach dem Regularium sind sie ja dann im grünen Bereich. Oder ich sag mal im grauen Bereich. Das Ding ist halt, es gibt halt im Regularium dann scheinbar nochmal irgendwelche Regeln, wie stark darf sich denn so ein Unterboden verbiegen. Wohl mit normalem Gewicht auflegen oder sowas. Aber wenn du halt dann fährst, dann scheinbar verbiegt es sich halt mehr. Und das ist dann halt jetzt wieder so ein Ding, was in den Regeln wohl nicht ganz klar und deutlich beschrieben ist. Also wirklich halt wie eine Grauzone. Ist halt die Frage, sind dann die Teams schlauer wie die FIA oder ist die FIA einfach nur unfähig? Als weiteres, dann sorry, wenn die FIA zu dämlich ist, einfach ihre Regeln dann richtig auszulegen und die wirklich stichhaltig zu sagen, wie das zu sein hat. Die können auch einfach sagen, der Unterboden darf sich maximal bis dahin biegen. Alles, was drüber ist, egal in welcher Situation, gibt es eine Strafe. Thema erledigt. Gibt es keine Diskussion. Wenn sie das nicht machen, dann ist die FIA schuld und dann kann man es in den Teams zu Lasten legen, wenn sie es ausnutzen. Könnte man so sehen, richtig. Aber gut, grundsätzlich bei solchen Themen ist ja immer, da wird lieber einmal mehr geguckt, als eine Strafe ausgesprochen. Das hatten wir ja bisher eigentlich häufiger mal. Da muss schon viel passieren. Es kommt drauf an, welche Teams das machen. Das auch. Das auch. Ja, und das Letzte, das ist ja eigentlich nur so eine Randnotiz und ich sage mal, zumindest bei einem hat es sich abgezeichnet. Sainz und Magnussen bekommen neue Motoren für das Rennen in Frankreich. Bei Sainz, das war ja klar, so wie der abgefackelt ist in Österreich, da waren wir uns ja eigentlich schon ziemlich sicher, dass der früher oder später nochmal Komponenten tauschen muss. Dann war es halt am Freitag, glaube ich, festgestanden, dass er auf jeden Fall schon mal eine Einheit oder ein Teil, ein Teilteil quasi tauscht und dann zehn Plätze bekommt. Und dann später hat man das Ganze nochmal aufgestockt und hat gesagt, okay, man nimmt dann quasi alles und somit dann eben 20 Plätze zurück oder beziehungsweise halt komplett zurück. Bei Magnussen das Gleiche, der hatte ja auch in Österreich, wie man so im Nachgang erfahren hat, hat er auch so Aussetzer scheinbar im Motor. Auch da hat man wohl nochmal einen neuen Motor getauscht. Was ich an der Stelle aber interessant fand, war eine Notiz oder ja, ein Hinweis. Ich glaube, der kam sogar von den Sky-Kommendatoren oder sowas, dass bei den Kundendeams von Ferrari tatsächlich Ferrari die Angabe macht, wann die Kunden ihre Motoren zu wechseln haben. Also das ist keine Entscheidung von Haas oder von Alfa Romeo, sondern Ferrari sagt, alles klar, die Teile haben jetzt ihre Laufleistung erreicht, jetzt müsst ihr was Neues einsetzen. Fand ich sehr interessant, also wenn das stimmt so. Und die Kundenteams müssen sich daran halten? Scheinbar schon. Weißt du, wie mein imaginärer Mittelfinger gerade hochgeht? Aber ich habe mal eine ganz andere Frage. Wir müssen es jetzt nicht unendlich ausdiskutieren. Es geht nur darum, vielleicht gibt es auch eine Regelung, die ich einfach keine, die ich nicht weiß, aber ich verstehe jetzt nicht. Wenn jetzt zum Beispiel Science, ne, nehmen wir einfach mal Science, der muss ein Teil wechseln. Ich wäre dann so drauf, dass ich sage, ja gut, wenn der jetzt eh komplett hinten startet, der wechselt alles einmal, weil dann habe ich ja noch mehr für den Pool. Genau, ja, das haben sie dann schlussendlich gemacht. Also ich verstehe jetzt halt auch nicht, warum sie dann am Anfang erst nur diese eine Komponente da getauscht haben. Aber vielleicht geht es da auch so ein bisschen um den Zeitpunkt der Meldung der Strafe, wann man halt zurück muss. Aber ich glaube sogar, dass ja dann eh Magnussen for Science gestattet ist im Rennen. Also, auf was ich hinaus möchte ist, dass aber bei vielen solchen Wechselarien häufig nur immer ein Teil gewechselt wird. Wo ich mir denke, warum? Plan doch einfach zwei Rennen im Jahr ein, wo er hinten startet und wechselt einmal komplett durch und habt ihr mehr Teile wieder für den Puffer quasi. Dann könnt ihr wieder querbe durchtauschen und habt mehr Optionen. Oder es gibt eine Regelung, das weiß ich nicht. Aber ich denke mir jedes Mal, ich würde es nicht so machen. Dann suche ich mir ein Rennen aus, wo die Chancen groß sind, dass ich irgendwie aufholen kann und tausche alles. Am besten zweimal, weil dann können sie mich wohl mehr als 180 Plätze nach hinten setzen. Ist mir egal. Ich glaube nicht, dass sie mehrere Teile pro Wochenende, also wenn die da halt einen Motor tauschen, dann können die nicht, glaube ich, einen zweiten oder sowas noch machen. Wieso? Das ist, glaube ich, so eine Sonderregel gewesen, weil ich glaube, Mercedes hat auch mal das irgendwann mal gemacht gehabt, dass sie da mehrfach die Komponenten oder ein paar Sonder, ich glaube, oder Honda war das damals, die das mal gemacht haben. Und dann ist sie mir ein Riegel vorgeschoben worden. Ja, aber Moment, wenn dem Mechaniker zufällig ein Hammer in den Motor fällt, in dem neuen Motor, dann brauchen die ja wieder einen. Also, ja. Ich stelle mir das, oh Gott, das darfst du gar nicht so laut sagen, da sind alle Teams auf einmal nur noch dran, oh, da ist ein Hammer reingefallen, oh, da ist irgendwas reingefallen, wir brauchen noch mehr Teile. Oh, wir haben einen Kaffee über die Elektronik ausgeschüttet, hoppla. Oh, unsere Rindmülldose ist reingefallen, ist alles, alles, alles verklebt. Oh Mann. Das ist ein gutes Schmiermittel. Ja, richtig. Ja, gut. Na gut. Ja, trotzdem, also für Sainz war das jetzt ja klar, dass da eben was kommt und wahrscheinlich besser in Frankreich als zu nehmen in Ungarn. Ungarn kann es ja gar nicht überholen. Ja, und auch für Magnussen war, glaube ich, der Frankreich-Termin jetzt dann auch nicht so schlecht, weil für Haas kommt ja in Ungarn das Upgrade markiert, ne? Ja, finde ich aber sehr ungünstig für Ungarn. Ich meine, da kannst du eh nichts reißen. Da fährst du eh wie auch so eine Perlenschnur gerade einfach hinter den anderen her. Du kannst ja eh nichts machen. Also da siehst du auch nicht, ob das Update-Paket irgendwas bringt oder nicht. Naja, wenn du in der Qualifikation dich dann halt deutlich weiter vorne qualifizieren kannst, dann bringt es wahrscheinlich schon was. Aber gut, muss man jetzt eben abwarten. Auf jeden Fall die beiden eben nochmal mit den neuen Komponenten. Ansonsten hat es, glaube ich, bisher keinen getroffen. Ja, und dann muss man halt nochmal sehen, was aber noch so am Rande dann eben bei rauskommen ist an diesem Wochenende, dass die Teams wohl generell, also bei Alpine, also Renault hat es scheinbar gemacht und auch Ferrari, die haben wohl auch gezielt die Motoren am Anfang des Jahres auf Leistung getrimmt und nicht auf Zuverlässigkeit, weil es ja diesen Motoren-Freeze dann, ich glaube, noch dieses Jahr geben wird. Und du darfst aber noch Komponenten tauschen, wenn sie die Zuverlässigkeit erhöhen. Du darfst aber nichts Leistungsbringendes mehr ranbringen. Das heißt, die versuchen jetzt quasi die maximale Leistung auszuloten, weil das Reglement dann ja bis, ich glaube, 2022, 2026 so noch halten muss und versuchen dann eben diese Kinderkrankheiten, die sie jetzt aktuell noch haben, dann eben über die Zuverlässigkeit dann eben noch rauszubügeln. Wenn du jetzt aber natürlich, ich sage mal, Zuverlässigkeit ranbringst, kannst du ihr Motor vielleicht länger höher laufen lassen. Ist ja dann auch wieder Geschwindigkeit. Dann ist ja Ferrari zurzeit ganz groß dabei auszutesten. Also vielleicht ist dieses Jahr, warum auch immer, so ein bisschen ein Ja, was man so da hinwirft. Aber mein Gott, Alpin macht das ja genauso, was die ständig an technischen Problemen haben. Da ist es ja auch offensichtlich, dass die da sehr, sehr, sehr viele Kompromisse bei der Haltbarkeit eingegangen sind. Na gut, wollen wir ins Quali oder hast du noch was? Nö, ansonsten habe ich nichts. Dann können wir ins Quali gehen. Ja, würde einmal von unten nach oben durchgehen. Wirklich richtig spektakulär war es ja nicht. Es war ja nur klar, dass eben die zwei Motorenwechseler dann nach hinten müssen. Trotzdem sind die eben dann durchgefahren, interessanterweise. Bei dem einen hat es aber auch, ja, ich sage mal, noch mal einen tieferen Sinn gehabt. Da kommen wir noch später drauf. Ja, fangen wir an. Von hinten Latifi auf 20, Mick Schumacher auf 19. Ja, für Mick Schumacher dann eben nicht so gut. Er hat nochmal eine Zeitgestrichen bekommen, die ihn eventuell in Q2 gebracht hätte. Aber gut, wenn man neben der Strecke ist, ist man neben der Strecke. Ist halt so. Dann Joe Guan Yu auf 18, Stroll auf 17, Gasly auf 16. Und ja, das war so Q1, ne? Gasly natürlich auch wieder direkt früher raus. Hat sich auch geeigert. Weiter ging es dann eben mit Albon auf 15, Viertel auf 14. Der hat es ins Q2 geschafft. Sehr gutes Quali auch dahin. Also der Aston ist momentan ja nicht wirklich zu gebrauchen in der Hinsicht. Boris auf 13, auch wieder, naja, okay, geht so. Ocon 12, Ricciardo auf 11. Das waren so die, was im Q2 passiert ist. Ricciardo kurz verschlossen und ausgeschieden. Ja, dann haben wir die Top 10. Fangen wir hinten an. Kevin Magnussen auf 10. Der ist ja dann gar keine Runde mehr gefahren. Carlos Sainz auf 9. Das waren ja die zwei, die sowieso noch hinten mussten. Carlos Sainz, der ist zwar noch gefahren. Der hat aber seinem Teamkollegen geholfen, ne? Mit Windschattenspielchen. Also sprich, der ist ja einfach nur zweimal rausgefahren. Hat seinen Teamkollegen dann auf den geraden Windschatten gegeben. Aber selber eigentlich keine Zeit mehr gesetzt. Schlau von Ferrari an der Stelle. Ja, dann ging es weiter mit Zonoda auf 8. Alonso auf 7. Russell auf 6. Norris auf 5. Der sich dazwischen die beiden Mercedes geschoben hat. Hamilton auf 4. Auch mit einer guten Quali. Paris auf 3. Versappen auf 2. Ja, und Leclerc auf 1. Auf eine Runde war der Ferrari wieder unschlagbar. Aber der Reifenverschleiß hat bei Ferrari noch so ein bisschen Sorgen bereitet. Denn das hat man so aus den freien Trainings gemerkt, dass der Ferrari auf eine Runde sehr schnell sein kann. Aber dann eben, ja, so die zweite Runde, wenn der Abbau einsetzt, dann der Red Bull ziemlich schnell das Delta, sag ich mal, auf- und überholt. Und dann schneller wird. Also die Pole, ob die was wert ist, musste man dann natürlich im Rennen erstmal abwarten. Ja, Red Bull hat ja ein bisschen mit den Ketten gerasselt. Die haben ja gemeint, nein, die sind diesmal ja nicht auf das Quali gegangen, sondern die wollten das Renntempo. Da haben sie ihr Setting ausgelegt. Also deswegen haben die auch hingenommen, dass sie mal nicht Eister sind. Ich verbuche das mal unter Trashtalk, weil, nein, Red Bull will auch die Pole haben. Also, sorry, Red Bull will alles haben. Genauso wie Mercedes am liebsten alles haben will. Die machen das nicht extra so. Das ist es einfach, haben sie nicht geschafft gegen Ferrari. Ja, gut, aber ich meine, man kann ja bei Red Bull dann immer noch, ich sage mal, ziemlich bequem auf Nummer sicher gehen, weil überholen können sie ja. Den Topspeed-Vorteil haben sie ja. Das haben sie ja nicht nur das, also das beweisen sie ja immer wieder aufs Neue, dass wenn fast von zwei losfährt hinter einem Ferrari, dass das sich relativ schnell auch umdrehen kann. Und warum soll ich dann halt riskieren, das Rennen zu verlieren, wenn ich dann halt sowieso von zwei losfahre, sicher? Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie gezielt nicht die Quali im Auge hatten. Das glaube ich nicht. Sagen wir es so. Ja, also wie das Ergebnis dann ausschaut, das musste man dann ja sowieso abwarten. Auffällig war es sowieso, dass dann auch so zu den letzten Trainings, die Teams sich beide so ein bisschen angeglichen hatten. Also am Anfang war es wirklich so, dass der Ferrari halt in den Kurven deutlich schneller war, der Red Bull halt auf den Geraden deutlich schneller war und Richtung Qualifying war es dann wieder relativ ähnlich. Also immer noch mit so gewissen Tendenzen, aber eben nicht mehr in dem Ausmaß, wie das halt noch so ganz zu Beginn der Fall war. Also ja, es blieb spannend. Und Mercedes hat ja auch ein bisschen wieder auf die Heuldrüse gedrückt. Mit Toto Wolf haben sie wieder vorgeschickt mit, ja, unsere ganzen Updates sind alle kacke, wir verabschieden uns in diesem Jahr und bla bla bla. Also wenn das alles so kacke wäre, dann würden die nicht auf Platz 4, 5, 6 oder 3 mal losfahren. Also nein. Ja, aber gegen die Top-Teams richten die momentan natürlich nichts aus. Also da muss man schon sagen, da sind Ferrari und Red Bull halt einfach in einer komplett eigenen Welt. Und dahinter ist halt Mercedes Land, wenn sich jetzt nicht gerade wie in diesem Fall halt Landon Norris noch dazwischen quetscht. Ja, auf was ich noch hinaus will ist, ich kaufe denen nicht ab, dass sie nicht versuchen weiter anzugreifen. Das ist Quatsch. Das ist auch wieder reiner Trash-Talk, den sie sich wieder aus dem Hut saubern. Natürlich versuchen die weiter voranzugreifen. Und wenn man es so sieht, ey, wenn es so weitergeht die ganze Saison, dass die oberen zwei Teams sich permanent teilweise selber rausnehmen oder durch irgendwas und Mercedes immer danach eine dritte ist, dann könnte es noch ganz schön interessant werden. Ja, auf jeden Fall. Also speziell in Hinsicht dann eben auf Ferrari, weil die ja dann doch häufiger in letzter Zeit technische Schwierigkeiten hatten oder ich sag mal, es ist Tragedie. Okay, dann und Mercedes ist ja immer eigentlich hinten dran und nimmt halt das Maximum an Punkten mit. Also das kann schon nochmal spannend werden, weil Ferrari das nicht jetzt endlich mal auf die Kette kriegt, einfach regelmäßig das Maximum an Punkten rauszuholen und vielleicht auch mal wieder noch ein paar Siege noch mit dran zu packen, wie sie das eben die letzten zwei dann gemacht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dieses Wochenende wird sich alles ändern. Bei Mercedes hat man dann ja, du hast schon recht, hat man dann ja auch gemeint, also ja, das schaut irgendwie nicht so gut aus. Also die waren ja der Meinung, irgendwie so nach Österreich, eigentlich sind sie nur so zwei Zehntel weg und dann waren sie doch wieder deutlich über eine halbe Sekunde weg. Ja, man muss sehen im Rennen, wie es dann ausschaut. Also wenn man sieht, wie sie am Anfang des Jahres waren und wie sie jetzt sind, haben die unfassbar aufgeholt. Ja, auf jeden Fall, die sind locker dritte Kraft, also am Anfang des Jahres haben die sich ja noch eher so mit Alfa Romeo und Haas und sowas rumgeknüppelt und mittlerweile sind sie jetzt ja schon eigentlich immer sicher hinter den zwei Top-Teams die dritte Kraft. Mit der Option, dass sie halt auch mal vorne irgendwo so ein bisschen rein stören können. Ja, wenn alles gut läuft, im optimalsten Sinne. Na gut, dann Renntag. Es war heiß, es war voll, alle hatten Bock und los ging's, oder? Ja, genau. Also 53 Rennen, Strecke ist ja ein bisschen länger, richtig heiß, aber die Frage war, wie viele Boxenstops werden gefahren. Man weiß ja aus der Vergangenheit, letztes Jahr war ja eine Zwei-Stopp-Strategie die siegbringende Strategie dann eben von Max Verstappen. Man hat allerdings bei der Boxenlinie noch was verändert gehabt. Die Box ist ja sowieso schon relativ lang und relativ langsam, da gab es ja, ich glaube, ein 60 kmh Limit und die wurde dann nochmal verlängert, da wurde nochmal die Linie zum Einfahren quasi verlängert. Heißt, man hatte ungefähr so 27 bis 28 Sekunden gebraucht, also eine halbe Ewigkeit im Endeffekt, um eine Box zu machen. Sprich, die Teams waren eigentlich schon interessiert daran, nur einen Stopp zu machen, aber dadurch, dass es so heiß war, ist der Reifenverschleiß auch entsprechend hoch gewesen. Dementsprechend, ja, ein bisschen Pokerspiel. Und man muss bedenken, das ist ganz wichtig, in Frankreich, man sieht ja immer so am Rand diese blauen Linien. Und die haben nochmal einen separaten Belag, das heißt, die sind so konzipiert, dass die mehr Abrieb an den Reifen verursachen, so als Bestrafung, wenn man rausfährt. Das sollte man nicht außer Acht lassen, weil die doch an manchen Stellen sehr gut diese Linien überfahren, gerade in Kurven und in Beschleunigungsphasen. Das heißt, es kann auf Distanz interessant werden. Genau, und auch wenn du dann halt nochmal einen Dreher oder sowas hinlegst, genauso über diese blauen oder dann noch schlimmer sind diese roten dann. Wenn du da halt nochmal drüber schrubberst, dann ist der Reifen eigentlich komplett für die Tonne. Also dann musst du auf jeden Fall in die Box und wechseln. Sieht man zwar nicht an den Bildern, aber ich habe mal eine Reportage gesehen. Das ist schon krass, wie die Körnung sich da auf einmal ändert. Also da kann ich mir schon vorstellen, wenn die da wirklich volle Distanz mit den Reifen fahren, dass die dann auf einmal extrem verschleißen. Für, ja, ansonsten, Startaufstellung, beziehungsweise Notiz noch am Rande, es sind ja fast alle auf den Mediums losgefahren. Ich glaube, es waren drei Fahrzeuge. Gasly war, glaube ich, einer auf Hard, Sainz war auf Hard und ich glaube, Mick Schumacher war noch auf Hard unterwegs am Anfang. Einer der Haas, glaube ich. Ich glaube, Magnussen war auf Hard, oder? Würde es hin ergeben. Oder war Magnussen auf Hard? Keine Ahnung. Auf jeden Fall einer der Haas. Ja, aber das Großteil war halt auf Medium unterwegs, genau. Ja, und dann kommen wir mal zum Start. Ja, war ziemlich unspektakulär, ne? Also ist vorne eigentlich erstmal nicht so viel passiert. Leclerc konnte die Führung relativ einfach verteidigen gegen Versappen. Einen Platz gut gemacht hat dann gegen Hamilton, der von vier dann gleich auf drei vorgesprungen ist. Alonso hatte auch einen sehr guten Start, ist von sieben auf fünf. Und danach dann eben Russell, Norris, Ricciardo, die beiden McLaren dann quasi, das waren so die ersten acht. Ja, und einen Megastart hatten wir noch von ganz hinten, nämlich von Kevin Magnussen. Und der ist nämlich gleich mal von 20 oder von 19 auf 13 nach vorne gefahren. Also gleich mal so sechs, sieben Plätze gut gemacht. Das war schon eine richtig gute Aktion. Während Sainz hingegen, der ja auch von ganz hinten losfahren musste, in Anführungszeichen nur auf 17 vorgekommen ist in der ersten Runde. Aber Magnussen hat auch schon mal was, ja, was aufblitzen lassen, war ja sogar nach dem Start dann schon vor seinem Teamkollegen. Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass man das nicht mal in der Wiederholung gesehen hat, aus seiner Kamera, was der da getrieben hat. Hätte mich dann schon mal interessiert. Ja, hätte mich auch interessiert. Stimmt, hat man leider gar nicht gesehen. Verstappen hat einen relativ, also jetzt nicht unfassbar schlechten, aber hat für seine Verhältnisse einen relativ schlechten Start hingelegt. Deswegen konnte er auch null angreifen gegen Leclerc. Und Hamilton war sogar recht nah auf einmal schon bei Verstappen, aber dann war halt doch die Kurve schneller da, als das Auto schnell war. Das stimmt, ja. Genau. Ja, dann gab es gleich in der ersten Runde eine kleine Kollision. Tsunoda und Ocon, beziehungsweise Ocon in Tsunoda. Da ging sie dann eben Richtung diese erste Schikane in dieser Mistral geraten. Ocon dann von innen angegriffen, hat sich vertan, ist über den Körb und hat dann gleich mal den Tsunoda mitgenommen. Beziehungsweise sich da so ein bisschen reingedreht. Das ist eine Geschichte, das hat man jetzt schon an dem Wochenende häufiger gesehen, auch in der Formel 2, dass das immer wieder passiert ist. Der Körb innen ist schon ziemlich hoch. Also ich weiß nicht, ob man da an der Strecke vielleicht ein bisschen was da an der Ecke verändern sollte, weil derjenige, der überholt, teilweise dann den Überholten ein sehr schweres Leben bereitet mit solchen Aktionen. Ja, vor allen Dingen die Ecke macht dann auch zu. Das heißt, der, der dann überholt werden soll, dem geht halt auf einmal auch die Strecke aus, weil es ist einfach kein Platz in dieser Einkurvenecke. Da ist halt nichts. Der muss halt auch dann wieder durch diese blauen gestrichelten Linien fahren und wenn er Becher kriegt, kriegt er dann noch eine Strafe. Also das ist ein schwieriges Eck. Das Ding ist halt, man hat mittlerweile halt leider auch so dieses Gedankengut in der Formel 1, dass man halt den anderen einfach immer von der Strecke drücken kann. Und das ist ja auch so ein Szenario, was man da ganz gerne sieht, weil die nächste Kurve ist ja eine Schikane, ist er dann gleich wieder in die Gegengesetzrichtung. Das heißt, wenn der, der überholt werden soll, dann außen mitzieht, der hat dann natürlich, wenn er auf gleicher Höhe ist, dann für die nächste Kurve gleich erstmal wieder die bessere Linie eigentlich erstmal. Und dementsprechend versuchen die Fahrer, die überholen, dann halt diese Chance, den anderen Fahrer dann wegzunehmen. Und ich finde es halt ein bisschen schade, dass sowas immer passiert, dass man sich da keinen Platz lassen kann irgendwie. Aber gut, Formel 1 ist ein hartes Business. Ende vom Lied war, das Ganze wurde untersucht und Ocon hat dann auch zurecht eine 5-Sekunden-Stafe draufgekommen. Ja, korrekt. Also ich bin dann mal gnädig, aber sowas. Für mich ist es immer ein Rennunfall. Aber in dem Fall war es halt blöd, weil er zur Note dann in dem Sinn geschädigt worden ist. Hat die ganzen Plätze verloren, der hat sich gedreht, ist dann von hinten weitergefahren. Hat wahrscheinlich noch einen Schaden gehabt, also zurecht dann 5 Sekunden. Wäre jetzt da nichts passiert, hätte ich gesagt, ganz ehrlich. Genau. Ein Unfall. Ist halt im Kampf passiert, fertig, Thema durch. Richtig. Ja, vorne die beiden, ja, ersten beiden, also Leclerc und Verstappen, die konnten sich ja von vornherein so ein bisschen wieder absetzen, direkt von Hamilton. Während Perez dann ja erstmal an Hamilton vorbei musste. Der hat ja dann erstmal versucht, ein bisschen Druck zu machen. Aber vorne ist die Lücke eigentlich ziemlich schnell wieder aufgegangen. Und Leclerc konnte sich dann erstmal halten. Das hat sich aber schon wieder so angedeutet in Runde 3, als das DHS dann aufgemacht werden durfte, dass Verstappen sich schon wieder anschickt, vorbeizufahren. Also da war in Runde 3 direkt schon wieder im DHS drin und hat dann auch schon ziemlich viel Druck gemacht. Leclerc konnte sich aber erstmal verteidigen, wenn auch knapp, aber er konnte sich erstmal verteidigen. Ja, es hat sich dann auch so weiter gezeigt, überholen ist auf der Strecke gar nicht mal so einfach, obwohl die relativ lange Gerade haben und die wirklich Schwung mitnehmen können. Aber so einfach ist es scheinbar doch noch nicht auf der Strecke. Ja, und vor allem dieser Geschwindigkeitsüberschuss, den der Red Bull wieder hatte mit dem DHS, das war schon heftig. Also da hat er wirklich immer so 5, 6 Zehntel auf der Geraden alleine gut gemacht in dem Stück, wo er es hatte. Der Ferrari, also Leclerc, konnte sich an den Kurven immer wieder so ein bisschen absetzen. Aber solange der halt den Verstappen nicht aus dem DHS, wenn es daraus bekommen hat, hat er sich halt immer wieder komplett dran saugen können, bis aufs Getriebe. Und ja, ich bin dann immer so geneigt zu denken, boah, das DHS ist aber schon mächtig. Aber das ist halt einfach auf der Red Bull die Philosophie, dass der halt so unfassbar viel profitiert in dem Bereich. Also bei anderen Teams nicht ganz so krass, ne? Richtig, das hat man ja auch relativ deutlich gesehen an den Geraden, wenn DHS auf war, da konnte er sich unfassbar heransaugen, wie du es gesagt hast. Aber wo kein DHS war, hat er immer so ein bisschen doch verloren. Also das ist halt dann, dann ist halt da die Zeit drauf gegangen. Das ist halt jetzt die Frage, was jetzt besser ist. In dem Fall für Ferrari perfekt, weil er konnte Verstappen erstmal gut auf Distanz halten. Die Frage ist halt, wer verschleißt seine Reifen halt mehr, ne? Weil Verstappen ganz klar durch diese ganzen langen und schnellen Kurven, das geht natürlich auch auf die Reifen, auch wenn das Reglement jetzt weit weniger schlimm ist als in der Vergangenheit. Aber Leclerc muss natürlich auch pushen, denn er muss ja auch immer irgendwie dann in den Kurven halt den Vorsprung so weit zumindest ausbauen können, dass er halt dann eben auf den DHS-Geraden halt nicht geschnupft wird. Das war immer eine extrem knappe Nummer, aber Leclerc konnte sich dann erstmal halten. Ja, genau. Sainz sind in Runde 6 schon bis auf 13 vorgekommen und auch in der Runde dann der erste, ja wirklich dezente Angriffsversuch von Verstappen. Aber da hat auch das Team dann gemeint, du, jetzt bleiben wir mal ruhig, ja, das Rennen ist noch lang, du hast noch alle Chancen in der Hand und das Rennen kommt noch zu uns im Endeffekt. Also da haben sie dann Verstappen mal so ein bisschen eingebremst, weil der wäre natürlich am liebsten schon eigentlich bei der erstbesten Gelegenheit vorbeigegangen. Auch wenn man mittlerweile sagen muss, er ist da schon deutlich geduldiger geworden, als er das noch vor ein paar Jahren war. Ja, die haben halt nach wie vor noch nicht gewusst, wird es ein Einstopper oder Zweistopper. Und dann ist halt, das ist ja der Super-GAU, wenn sich dann der Hinterherfahrende wirklich die Reifen so dermaßen kaputt macht, dass er vielleicht auf einmal doch wirklich zwei Stops machen muss, weil er früher an die Box muss und der da vorne fährt, ja, macht halt einen Einstopper, dann wäre der Super-GAU ausgebrochen. Und ja, du hast recht, das hat auch Helmut Marco bestätigt nach dem Rennen, ja, wirklich Verstappen-Down nochmal separat gut eingebremst und gesagt, bleib einfach mal ruhig, wir müssen jetzt mal das Rennen abwarten und halt einfach nur so viel Abstand, dass du jederzeit angreifen kannst. Ja, und das Ding ist ja auch, die Frage ist im Endeffekt, jetzt weiß ich nichts, was ich sagen wollte, Entschuldigung. Macht nichts, dann können wir ja zu Paris, weil der hängt nämlich hinter Hamilton und kommt da einfach nicht vorbei. Exakt, der hatte ja auch so ein bisschen ein Problem, der Mercedes war ja doch durchaus auch ziemlich zügig auf den Geraden und den Kurven auch nicht langsam, also somit, es hatte ja am Anfang so ausgeschaut, als hätte Paris irgendwelche Chancen, aber dann so Richtung Runde 8, Runde 9, das habe ich mir dann auch aufgeschrieben, also der kommt da nicht vorbei. Ganz im Gegenteil, Hamilton hat dann ab irgendeinem Punkt sogar die Lücke aufgemacht zu Paris und das hat mich dann schon überrascht. Ja, also auch die vorderen zwei haben eine extreme Lücke aufgemacht, die waren dann auf einmal schon sechs Sekunden ungefähr weg, die sind ihr eigenes Rennen gefahren und danach kam halt das Feld. Richtig, ja, Runde 9 ging es dann los, dann kamen tatsächlich schon die ersten an die Box, das waren die beiden Haas und auch Zunoda, die dann, ja, offensichtlich eine Zwei-Stopp-Strategie versuchen wollten. Bei Haas hat es mich fast ein bisschen überrascht, dass man auch die beiden schon mal reingekohlt hat, weil der erste Stint, zumindest mal von Magnussen, war eben sehr, ja, sehr, sehr, sehr positiv eigentlich und damit hat man die Autos jetzt erstmal wieder ans Ende des Feldes geholt. Ich denke, da hat man einfach versucht, aggressiv dann eben durchs Feld irgendwie durchzukommen. Ja, habe ich nicht ganz so nachvollziehen können, warum sie beide reingeholt haben, aber okay, die haben ihre Daten, die werden schon wissen, warum. In Runde 12 hat sich Sainz weiter vorgearbeitet, ist dann vorbeigegangen an Sebastian Vettel auf Platz 11 und zum einen natürlich schön für Sainz, aber da muss man, denke ich, auch mal eins noch erwähnen, die beiden Aston Martins lagen zu dem Zeitpunkt auch ziemlich weit vorne, hat mich dann ganz, ganz, ganz massiv überrascht, weil ich denke, das wird man in dem Podcast wahrscheinlich gar nicht mehr so oft hören, aber die waren immer relativ nah an den Punkten dran, die beiden Aston Martin, sowohl Stroll als auch Vettel. In dem Fall war, glaube ich, sogar Stroll schon vor Vettel zu dem Zeitpunkt. Ja, das spiegelt sich so die letzten Rennen aber auch ab, dass im Qualifying der Aston Martins überhaupt nicht zu gebrauchen ist, aber die Rennphase, die scheint so halbwegs zu passen, dass sie wenigstens an den Punkten kratzen können, wenn alles gut läuft. Ja, und das hat mich tatsächlich schon ziemlich irritiert, weil im Qualifying geht ja bei dem Auto gar nichts aktuell. Ja, richtig. Da sind die ja froh, wenn die aus dem Q1 rauskommen und so sind sie relativ dezent an den Punkten herum mitgefahren gegen Autos, die zumindest am Anfang des Jahres deutlich stärker waren, wie zum Beispiel ein Alfa Romeo, ein Alfa Tauri. Ja, mittendrin auch dabei war auch der Williams, also auch Alex Albon war da ziemlich gut mit dabei, ich glaube auf 12, 13 irgendwo so einem Dreh. Also da hat sich ein bisschen was getan und Williams hat ja auch jetzt im letzten Rennen eben ein großes Upgrade mitgebracht, es scheint auch ein bisschen was gebracht zu haben. Ja, jetzt dürfte er auch endlich Latifi mit dem Update fahren und das hat man auch gesehen, der war gar nicht mal so schlecht. Ja, er fuhr zwar immer noch an seiner Stammposition rum, also quasi letzter, aber er konnte mit dem Feld diesmal mitfahren. Ja, richtig. Genau. Ja, ich habe mir in Runde 13 noch mal so ein bisschen die Reihenfolge mal aufgeschrieben, dass man mal so eine Übersicht hat, wo sind denn eigentlich alle, zu dem Zeitpunkt eben noch die Führung, Leclerc eine Sekunde vor Versappen, dann sechs Sekunden dazwischen oder dahinter dann Hamilton. Der hatte dann seinerseits schon drei Sekunden auf Paris, dann wieder nur eine Sekunde auf Russell, also auch Russell konnte dann mehr Druck auf Paris ausüben als umgekehrt Paris auf Hamilton. Dann eine Lücke auf Alonso von sechs Sekunden, dahinter dann Norris, Ocon, Ricciardo und dann eben dann schon Stroll, Sainz und Vettel, die dann halt, also die beiden Aston Martins, die den Ferrari im Sandwich genommen haben. Dahinter dann Albon mit dem Williams, Gasly, Bottas und Latifi. Ja, das waren so die, ich glaube, die ersten 15 dahinter, da müssten, glaube ich, dann nur noch die Fahrzeuge gewesen sein, die schon in der Box waren, sprich die beiden Haas und Joe. Ja, in der Runde hat aber noch Sainz dann auch noch eine Stroll überholt, also das vielleicht nur so als kurze Notiz, also das habe ich dann noch so notiert, weil das danach noch, nachdem ich es mir notiert hatte, aufgetreten ist. Also der dann auf zehn vor und hat damit Stroll erstmal aus den Punkten rausgekickt. Ja, und dann waren wir so in der endgültigen Phase, dass eigentlich Verstappen und Leclerc ihr eigenes Rennen fuhren und Verstappen hinter Leclerc immer so diesen Sicherheitsabstand hatte und lauerte. Er hat einfach nur gelauert, um zu schauen, was passiert denn jetzt? Gehen die an die Box? Gehen die nicht an die Box? Was machen sie denn jetzt? Ja, das war jetzt die Frage, weil ab Runde 14 habe ich mir dann eben auch notiert, dass der Abstand zwischen Leclerc und Verstappen sich dann zunehmend stabilisiert hat, obwohl am Anfang eben Verstappen das ganze Rennen durch im DRS-Fenster war und immer wieder aufgeschlossen hat, ist er dann rausgefallen und dann auch so, also nicht viel, aber so peu a peu immer so ein paar Zehntel pro Runde dann zurückgefallen, bis eben so, ja, eine Gap von zwei, zwei, zweieinhalb Sekunden entstanden ist und ist dann einfach erstmal hinterher gefahren. Da dachte ich mir, okay, also entweder ist der Reifenverschleiß bei Ferrari doch nicht so groß, wie man das gedacht hat oder Verstappen hat doch schon mehr gepusht als Ferrari Leclerc vorne. Ne, das ist das, was ich meinte, das habe ich vielleicht zuvor gegriffen, gerade eben, das ist das, was Helmut Margot gemeint hat, da haben sie ihn zurückgepfiffen und gesagt, was auch, wir wissen noch nicht, wie es mit der Reifenstrategie weitergeht, halt erstmal so weit Abstand, dass du dich nicht zu überlastest, die Reifen, aber jederzeit angreifen kannst. Die haben ihn quasi da echt zurückgepfiffen. Es war beabsichtigt, nicht, dass er da so einen Abstand hält. Das kann natürlich sein, ja. Sah aber für mich jetzt im ersten Moment so aus, als hätte Verstappen erstmal sein erstes Pulver so ein bisschen verschossen. Ja, hatte ich auch gedacht. Keine Frage, dachte ich mir auch, oh, okay, das war, weil der ist halt echt sehr lange, sehr knapp hinter ihm gewesen. Da habe ich mir auch gedacht, oh, vielleicht hat er jetzt echt die Reifen echt kaputt gemacht, aber scheinbar war das beabsichtigt dann von Red Bull. Genau. So, jetzt wirst du mich gleich wieder hassen, weil ich wieder mal so ein Überholmanöver von irgendwelchen No-Names erwähne. In dem Fall von Latifi. Da habe ich mir gedacht, hei, 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 was ist denn mit dem heute los? Er hat Bottas überholt auf Platz 15. Der eine ist im letzten Jahr noch um Siege mitgefahren, der andere ist halt komplett hoffnungslos hinterher gefahren. Und jetzt überholt der eine, also jetzt überholt Latifi ausgerechnet Bottas. muss man sagen, zum einen, wie du schon erwähnt hast, also Latifi relativ für seine Verhältnisse gut unterwegs, aber man merkt momentan auch irgendwie bei Bottas oder bei Alfa Romeo ist auch so ein bisschen der Wurm drin. Also ich weiß nicht, was da momentan los ist, aber die Grips sind ja auch nur noch hinten rum aktuell. Ich glaube, denen liegen gerade die Strecken nicht. Habe ich so den Eindruck, dass die Autos auf dieser Strecken nicht so richtig performen, wie sie sollen. Oder die haben ein Temperaturproblem. Die hatten eigentlich, primär haben die nie was gerissen, wenn es wirklich heiß war. Oh, das habe ich jetzt so gar nicht mehr im Kopf. Ich habe nur das Gefühl, dass so, also am Anfang des Jahres war der Alfa Romeo richtig gut. Also der war ja eigentlich immer ein Top Ten Auto. Und seit ein paar Rennen ist es wirklich so, dass Bottas, genauso wie sein Teamkollege, aber wobei Joe mittlerweile ja deutlich besser in Fahrt gekommen ist, dass vor allem halt Bottas echte Probleme hat, einfach wieder da anzuknüpfen, was am Anfang des Jahres halt war. Ja, ist halt echt schwer zu sagen. Also ich würde jetzt nicht auf die Fahrer einschlagen oder auf das Team. Die anderen haben sich ja auch weiterentwickelt. Vielleicht haben die auch Updates gemacht, aber die haben halt alle überhaupt nicht gefruchtet oder sind sogar nach hinten losgegangen, kann ja auch sein. Und müssen jetzt auch wieder erstmal so quasi im Mittelfeld aufholen, kann ja auch sein. Nagelt mich nicht fest, aber ich bilde mir ein, da wo es wirklich immer richtig heiß war, hat der Alfa Romeo nie wirklich gut ausgesehen dieses Jahr. Ja, kann sein. Kann sein. Ich lasse es mal so stehen. Es ist halt einfach so ein Ding, was mir so die letzten Rennen schon aufgefallen ist, dass der Alfa Romeo da halt so ein bisschen schwächelt aktuell. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter, Runde 17. Da war nämlich der erste Boxstopp von, ja, einem der beiden Führerinnen, eben Versadden, der dann eben schon reingekommen ist, während Leclerc erstmal draußen geblieben ist. Also den hat man dann auch nicht sofort reingeholt, sondern erstmal fahren lassen. Hat mich dann ein bisschen gewundert tatsächlich, dass der Ferrari scheinbar noch so gut auf den Reifen unterwegs ist. Versadden dann eben auf den Harten gegangen und da bei der Runde dachte ich mir so, okay, das ist wahrscheinlich so ein Zwischending, ähnlich wie eben vergangenes Jahr. Man hält sich jetzt die Option offen, entweder man fährt damit durch oder weil der dann doch immer noch relativ früh war, der Stopp, dann kam man eben die Option noch auf zwei Stopp zu gehen. Muss man eben jetzt sehen. Man hat aber auch gesehen, dadurch, dass der Boxenstopp so unfassbar lange gedauert hat, dass der auf Platz 9 rausgekommen ist, also Verstappen, und sich erstmal wieder durchs Mittelfeld vermüllen musste. Auch das war wohl angeblich geplant. Also wenn man jetzt vielleicht gerade Hintergeräusche hört, nur mal so am Rande, das ist die Kirche, ich weiß nicht, warum die jetzt, also wir haben jetzt 18.13 Uhr gerade bei mir, so ein Gewitterabfeuer mit Glockengebümmel, ich glaube, das hört jetzt gerade auf. Keine Ahnung, was da jetzt schon wieder ist. Auf jeden Fall nicht wundern, müsste jetzt weg sein. So, das ist wohl geplant gewesen. Hat auch Helmut und Marco nach dem Rennen in dem Interview gegeben, und zwar haben die sich gedacht, die Option ist interessant, ihn dann zwischen Norris und Ocon rauszulassen, weil sie gesehen haben, Norris wird da relativ schnell schnappen, und hat dann halbwegs freie Fahrt, indem er dann wirklich diesen Undercut dann ausspielen kann. Die haben aber auch ein bisschen gegambelt, hat er zugegeben. Ja, das sah für mich auch so wirklich so ein bisschen aus, dass man halt da versucht hat, erstmal irgendwie in der Box an dem Ferrari vorbeizukommen. Ja, also das war keine 100%-Sache. Ja, und bei Leclerc, das sah es für mich so aus, so ein bisschen wie in Österreich, dass man jetzt einfach mal weiterfährt, mal guckt, was die Reifen so machen, im Zweifelsfall dann halt einfach wieder die Gegenoffensive macht, wenn man dann später in die Box kommt. Das hat ja in Österreich ganz gut geklappt, dass Leclerc dann einfach auch wieder Versappen überholen konnte, wenn dessen Reifen wieder einbrechen. Wäre ein sehr spektakuläres Duell wahrscheinlich noch geworden, wenn das weitergegangen wäre. Naja, weiter ist es ja gegangen. Eine Runde noch. Ja. Und dann hat man ein Stier atmen hören. Dann hat man ein Stier atmen hören und ein Ferrari in der Wand gesehen und dummerweise war es dann eben auch Leclerc, der in dieser schnellen Rechtskurve nach der Garade abgeflogen ist. Da ist einfach das Heck ausgebrochen und das Auto dann in die Wand gegangen. Und der Funk, da war dann nochmal irgendwas von Throttle die Rede, man hat aber nicht verstehen können, ob er jetzt Probleme hatte, dann eben so früh wie möglich aufs Gas zu gehen, um halt wieder das Heck zu stabilisieren oder ob er auch wieder das Problem hatte wie in Österreich, dass das Gas so ein bisschen stecken geblieben ist und er dementsprechend vielleicht auch mehr bremsen musste, wodurch dann halt das Heck instabil geworden ist. Also in beiden Fällen nicht optimal resultierte dann auf jeden Fall damit, dass halt Leclerc in der Wand steckte und das Rennen dann auch vorbei war direkt. Also auch da während des Rennens gab es dann ein Interview von Leclerc und er hat die Schuld auf sich genommen, dass es wohl ein Fahrfehler war. Er ist wohl in den Dreck reingekommen, also links raus und das hat man auch gesehen, wie der Dreck aufgebümmelt ist und hat dann einfach das Heck verloren. Ich glaube aber und das ist jetzt reine Spekulation, weil wie du schon sagst, er hat ja am Boxenfunk dann auch gemeint, wieder das Gas. Irgendwas mit Irgendwas mit Throttle hat er gemeint. Ich gehe davon aus, dass er einfach die Schuld jetzt erstmal laut Team auf sich genommen hat, damit Red Bull vielleicht nicht denkt, dass die technische Probleme haben. Ich glaube nämlich eher, dass es ein technisches Problem ist. Ich traue einem Leclerc nicht zu so einen Fahrfehler so extrem zu machen. Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, er ist natürlich unter Zugzwang. Er wusste ja auch, dass Verstappen jetzt in der Box war, dass das Leclerc halt selber jetzt nicht so schnell scheinbar in die Box kommt und er dann halt jetzt noch pushen muss, um halt den Abstand möglichst noch lange aufzurecht zu halten, solange es halt ging. Ich kann mir beides vorstellen. Ich tende sogar eher dazu, dass es einer der wenigen Fahrfehler von Leclerc war, dass er jetzt einfach so unter Druck war, wieder mal ein Rennen gewinnen zu können oder halt wirklich, wirklich, wirklich aggressiv fahren zu müssen, um das Rennen zu gewinnen und dann halt ein bisschen übers Limit hinausgegangen ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man bei Ferrari einfach auch wirklich das Setup so auf Kante genäht hat, dass man halt wirklich gesagt hat, also auch vielleicht auch Wunsch von Leclerc, liebe Leute, ich kann das Ding gewinnen, ich mache keinen Fehler, aber dafür brauchen wir halt einfach ein Auto, was halt nicht untersteuert oder was die Reifen vorne halt nicht so sehr verschleißt und halt dann darüber hinaus dann dieser kleine Fehler passiert ist. Mein Gott, selbst den besten Fahrern passiert sowas mal. Ich würde mit dir da hundertprozentig konform gehen, wenn es diesen Funkspruch nicht gegeben hätte. Wie gesagt, er hat auf dem Impfhund gebrüllt mit dem Throttle, so wie er geatmet hat, er war stinkesauer und hat dann auch noch reingebrüllt. Also wirklich so dieses entnervte Fuck schon wieder dieser Kack, so nach dem Motto. Ich glaube eher, also entweder hat er sich extrem über sich selbst geärgert. Ja, sowieso, er ist sowieso immer sehr selbstgeräusch mit sich. Aber ich glaube eher, dass da Ferrari wieder auch ein Problemchen hatte oder eine Mischung aus beidem, es kann auch sein, aber der Funkspruch war komisch. Eins musst du ja überlegen, also in dem Moment war ihm ja sicherlich auch schon klar, dass wenn jetzt der Verstappen das Ding wieder gewinnt und dann sah es jetzt dann eigentlich aus, dann kannst du schon mal ein Hacken am WM-Titel wahrscheinlich machen, dass der halt weg ist. Also wenn Verstappen das jetzt wieder gewinnt, dann ist der Abstand halt schon so groß. Da muss ja noch ein mittleres Wunder passieren, dass Leclerc nochmal rankommt und mit der Zuverlässigkeit, die Ferrari momentan an den Tag legt. Ja, ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Ja, aber auch dann im Interview, wie er gemeint hat, naja, wenn am Ende der Saison wegen 36 oder 34 Punkten die WM flöten geht, dann weiß ich ja an, was es gehangen hat, hat er so im Interview gesagt. Also es hört sich nicht so an, als ob er die Schuld auf sich nimmt, sondern dass er sagt, ja, das Team. Okay. Also ich sage ja, das ist, ich glaube eher, dass er einfach vor der Kamera dann so erstmal gesagt hat, er war schuld damit einfach, du weißt ja, wie es ist, damit die anderen Teams denken, es war ein Fahrfehler, aber vielleicht hat doch Ferrari ein größeres Problem mit dem Gas-Hospital, als sie lieb ist. Oder generell mit der Technik. Ja, das, man wird es vielleicht die folgenden Tage noch rausfinden, was da war, aber auf jeden Fall war das Rennen damit ja eigentlich schon voll entschieden, muss man fast schon sagen. Also wenn, ja, wenn Verstappen keine Fehler macht, dann fährt er das Ding einfach easy nach Hause und macht sich gar keinen Kopf mehr. Genau, weil die beiden, Leclerc wie auch Verstappen, du hast es ja am Anfang schon erwähnt, die waren ja in komplett eigener Liga, also da konnte wirklich gar niemand mitgehen und somit, ja, Verstappen hatte jetzt freie Bahn. Wobei, allerdings, man musste aber auch erstmal aufpassen, denn jetzt kam ja erstmal ein Safety Car und alle, die noch nicht an der Box waren und das waren ja dann Hamilton, Paris, Russell, Sainz, gut, Sainz war noch ein bisschen weiter hinten, aber da war ja noch ein Alonso noch so ein bisschen halbwegs da vorne mit der langen Boxengasse, dachte ich mir schon, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wo der Verstappen eigentlich rauskommt beziehungsweise wo kommen denn alle anderen raus, die jetzt an die Box gehen und das waren ja schlussendlich alle, die jetzt an die Box gegangen sind. Ich weiß nicht, ist Verstappen auch noch mal an die Box? Ne, Verstappen nicht natürlich, der hatte ja nur, ich glaube, zwei Runden zu dem Zeitpunkt auf dem Reif schon gefahren, aber alle anderen kamen ja an die Box und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da hat er vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass das Safety Car nicht irgendwie zwei, drei Sekunden früher irgendwie rauskommen ist, weil er konnte ja dann die Führung gerade noch so innehalten, also der ist ja dann, ich glaube, zwei Sekunden vor Hamilton dann auf die Strecke gekommen, aber Hamilton hatte dann jetzt immerhin mal die absolut frischsten Reifen direkt hinter Verstappen oder halt die frischeren Reifen im Vergleich zu Verstappen und eins muss man ja schon auch sagen, ja, wir haben jetzt gesagt, okay, Verstappen, Leclerc, eigene Liga, aber zu dem Zeitpunkt, wir sind jetzt 17, 18 Runden im Rennen, der Hamilton war ja auch nicht so weit weg, also so viel langsamer war dann Mercedes auf der Strecke gar nicht im Rennen drin und das war jetzt auch wieder so ein Ding, wo ich immer gedacht habe, Mensch, okay, also wenn die jetzt da nur sechs Sekunden auf 18 Runden verlieren, vielleicht kann der Hamilton ja jetzt mal wieder ein bisschen Druck wenigstens machen, die ersten paar Runden, wenn er jetzt ganz frische Reifen hat. Ja, das haben die Moderatoren auch gemeint, ich habe mir ehrlich gesagt schon gedacht, das wird eh nichts. Ich auch, wenn Verstappen hinter Hamilton rausgekommen wäre, der Red Bull ist in dem Moment zu stark gewesen. Ich meine, man hat ja am Anfang des Rennens gesehen, wie schnell die beiden diese sechs Sekunden rausgefahren haben. Also das war ja innerhalb von zwei, drei Runden, da waren die sechs Sekunden auf einmal weg und das kommt ja nicht von ungefähr und Hamilton hat jetzt dann auch nicht in der Phase gedacht, ihr chillt einfach mal seine Balls und guckt mal, was da gerade los ist. Ach, nee, nee, nee. Ich glaube, die haben dann da vorne auch mehr verwaltet, weil Verstappen hat dann auch in der Zeit ja nicht angegriffen mehr und da konnte halt dann auch ein Leclerc so ein bisschen den Druck rausnehmen und deswegen haben sie wahrscheinlich die Zeiten stabilisiert. Also das ist so meine Idee gewesen. Kann natürlich sein, aber es war zumindest so ein bisschen die Resthoffnung, dass es vielleicht kein, sag mal, zu Ende Drödel von Verstappen gibt, aber du hast natürlich auch recht, der Red Bull war natürlich auf der Strecke immer noch deutlich schneller als der Mercedes, ganz klar. Auch wenn Paris, aber da muss man auch sagen, das ist ein bisschen Paris-Ding, der hat sich da echt schwer getan bis dahin auf der Strecke. Es war wieder mal kein gutes Wochenende. Also Paris ist diese Saison echt auch wieder diese ganz berühmte Wundertüte. Mal haut er einen raus und mal denkst du dir, was macht er denn jetzt? Richtig, genau. Ja, es gab in den Boxen, bei den Boxenstopps aber ja gleich das nächste Malheur von Ferrari, weil die haben ja den Sainz richtig verhungern lassen in der Box. Der stand ja erstens mal richtig lang und dann als sie ihn rausgelassen haben, dann war das auch noch ein unsafe Release gegen Albon. Der musste ja komplett in die Eisen gehen. Zum Glück waren es nur die alten Reifen, die er da zu Tode gebremst hat. Aber das wurde dann auch gleich untersucht und da gab es auch leider folgerichtig auch eine Fünf-Sekunden-Strafe für Sainz. Ja, zu Recht, obwohl ich dann wieder bin, ja, ich meine, man kann es nicht anders, der bestrafen ist. Es muss einfach im Rennen dann ausdangiert werden. Aber da finde ich halt immer, das ist arg unfair dem Fahrer gegenüber, weil er kann halt gar nichts dafür. Aber in dem Fall ist es wirklich Teamsport. Team hat es versaut. Ist ja auch ein bisschen seltsam aus der Boxenstab, weil es war wohl irgendwie so ein Ampelfehler scheinbar, weil es wurde am Auto irgendwie nichts mehr gearbeitet. Er ist halt einfach irgendwie nicht losgefahren. Zwischenzeitlich hat man vorne rechts nochmal den Schlagschrauber angesetzt. Das sah aber mehr so aus wie so ein Pseudo. Naja, ich mache jetzt halt nochmal was, wenn er nochmal steht. Und dann ist er dann halt so ganz kurz vor Albon losgefahren. Das war halt dann einfach sein Problem im Endeffekt. Da kann ja Sainz dann auch nichts dafür, wenn die Ampel nicht umschaltet. Der guckt ja nur auf die Ampel, wann er losfahren darf. Ja, wollte ich auch darauf eingehen. Das hat so komisch ausgesehen. Der vorne, der den Wagen hochhebt, hat weggezogen. Dann bleibt der Gefühl, dass er für seine Verhältnisse ewig stehen. Dann geht auf einmal der rechte Schlagschrauber nochmal kurz vor. Denkt mir, hä, will er jetzt nochmal Reifen anziehen? Dann fährt er auf einmal los. Und ich denke, was geht denn da gerade ab? Und dann an Self-Release. Na, herzlichen Dank. Weil sonst hätte es ja gepasst. Wäre er gleich losgefahren, wenn der da vorne weggegangen wäre. Das wäre ja dann easy gewesen. Das waren diese Basik-Kunden, die auf einmal noch gestanden hat. Genau, richtig. Sainz hatte sich ja bis vor dem Boxenstopp schon bis auf Platz 9 vorgeschoben gehabt. Also der war ja auch schon wieder ganz gut in den Punkten drin. Er hatte ja noch vor dem Leclerc-Abflug sich noch an Dings vorbeigeschoben, an Ricciardo. Und ja, für den kam der Boxenstopp vielleicht ein bisschen früh. Also der ist ja auf den Hardenreifen losgefahren. Der musste dann jetzt auf den Medium gehen und damit dann bis zum Ende fahren. Das war ja auch so ein Ding. Schafft er das? Schafft er das nicht? Oder muss er noch einmal in die Box? Ja, schwierig. Man hat ja bei Leclerc schon die Bilder gesehen, dass rechts vorne der Reifen hat innen schon echt böse ausgesehen. Und so hat er diese ganz dicke schwarze Rille schon gesehen. Und da habe ich mir auch gedacht, oh, das Ding bis zum Ende plus mit Angreifen, oh, das wird eine ganz enge Nummer. Aber wer auch einen sehr langen Boxenstopp hingelegt hat, also der steht immer noch, ist zu Nota. Der ist nicht dann ausgeschieden. Der ist dann in die Box gerollt und das war es. Und man hat auch in den Fernsehbildern gesehen, dieser Dreher von Anfang, das hat doch mehr Schaden gemacht, als es ausgesehen hat. Der ist wohl so dermaßen über die Curbs drüber gerumpelt, wie man ja erwähnt hat, die sind da relativ hoch, dass er sich den Unterboden ganz schön kaputt gemacht hat. Ja, das geschah. Das ist ja auch immer wieder, das wundert mich dann auch immer wieder, wenn die in freien Trainings dann direkt funken, so nach dem Motto, hey, ich bin jetzt über den Curb gefahren, jetzt check doch mal bei den Unterboden, ob noch alles in Ordnung ist. Da ist das Auto wirklich sehr angreifbar, ne? Also wenn du da über solche Curbs fährst, wie schnell dann halt irgendwelche Leitbleche oder Diffusorteile oder sowas wegfliegen können offensichtlich. Aber das hat man letztes Jahr auch schon auf der Strecke. Also die Curbs scheinen da echt entweder ein Ticken höher zu sein als überall oder schärfer, kantiger, keine Ahnung, wie man das nennen kann. Weil letztes Jahr sind ja auch da etliche Teile geflogen. Ich kann mich nur an ein ernstes Training erinnern, wo eigentlich jedes Auto irgendwo am Curb irgendwas verloren hat. Ja, da sollte man halt nicht über die Curbs fahren. Aber gut. Runde 20 war dann das Safety Car dann zu Ende. Dann ging es dann wieder los und es war eigentlich ziemlich gesittet. Also Verstappen, da hat er dann losgelegt wie die Feuerwehr, hat dann auch direkt über eine Sekunde rausgefahren auf Hamilton. Also da war dann auch nichts von wegen mit er greift dann mal im DRS vielleicht mal so ganz zaghaft an, sondern das Thema war eigentlich direkt erledigt. Ja, ich wollte nur sagen, er hat sofort gezeigt, wer der Herr im Haus ist und hat Hamilton einfach am langen Abend verhungern lassen und hat das dann auch relativ schnell dann einfach nur gemanagt. Er hat sich seine zwei, drei Sekunden, dreieinhalb Sekunden rausgefahren und ist dann einfach gemütlich seine Pace gefahren. Richtig. Dahinter hat sich dann gar nicht mal so viel verändert. Der Einzige, der dann halt zwangsweise oder aufgrund der Reifen halt jetzt mal aufgedreht hatte oder aufdrehen konnte, das war eben Carlos Sainz. Der hat sich dann zwischen der 21. und 22. Runde dann halt einfach drei Plätze geholt, Ricciardo, Norris und Alonso. Wobei dann eben, wie gesagt, da stand dann schon mehr oder weniger im Raum oder eigentlich als Zuschauer schon fest, der wird ja nochmal eine Fünf-Sekunden-Stafe bekommen. Trotzdem, der war dann eben auf Platz fünf dann eben schon hinter den verbleibenden großen vier Fahrzeugen, eben Versappen, Hamilton, Paris und Russell und das gar nicht mal so weit weg. Aber wie gesagt, man musste noch nicht, musste noch mal in die Box oder nicht. Aber er hat auf jeden Fall erstmal einen Reifenvorteil gehabt. War auch deutlich schnell unterwegs dann. Als wir noch keine Podcasts aufgenommen haben, wäre das jetzt ein Rennen gewesen, wo ich echt gekämpft hätte, währenddessen einfach mal kurz wegzunicken. Weil es ist echt nichts mehr passiert. Es ist wirklich gar nichts mehr passiert. Es war pure Langeweile. Auch im Mittelfeld haben sie sich, glaube ich, geeinigt, wir fahren jetzt mal so einfach weiter. Es ist auch ein paar ganz kleine einzelne Angriffe. War echt mal wieder seit langem so ein Rennen, wo ich mir dachte, okay, es wird nicht mehr so viel passieren. Ab dem Restart war tatsächlich so ein bisschen erstmal die Luft raus. Da habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt ist mal eine Phase, wo man sich auch weniger notieren muss. Jetzt kann man einfach mal so ganz gechilltes Rennen mal so vor sich hingucken und mal zuschauen, wie nichts passiert. Ja, das Problem war halt auch einfach wieder so ein bisschen, entweder die Autos waren halt nicht, teilweise nicht schnell genug auf den Geraden, um sich gegenseitig zu überholen oder es haben sich halt auch wieder vereinzelte DS-Trains gebildet, dass die halt nicht angreifen konnten und da kommen wir ja nachher noch dazu. Es gab ja noch so einen kleinen Train, der gezielt erzeugt wurde, aber da komme ich jetzt gleich noch dazu. In 123 allerdings gab es ja erstmal wieder einen kleinen Incident, das war Mick Schumacher und Joe Guanyu, beziehungsweise eigentlich ausgehend von Joe. Mick Schumacher wollte überholen, hatte sich eigentlich auch schon sehr gut positioniert im kurvigen Bereich. Ja, Joe ein bisschen übersteuern bekommen, korrigiert, dummerweise dann in Mick Schumacher rein und hat Mick Schumacher dann einfach weggedreht. Für Mick Schumacher dann halt, also für die Haas war ja sowieso das Rennen ja schon ein bisschen vorgezeichnet, weil die haben ja schon einen frühen Stopp gemacht, waren dann ja durch dieses Safety Car komplett hinten bereinigt, mussten sich dann wieder durchkämpfen und dann halt auch noch die Kollision mit Joe, das war dann halt das Sahnehäubchen auch obendrauf für Mick Schumacher dann. Es ist aber wie immer, wenn es ein Haas erwischt, dann ist es echt Mick Schumacher, der irgendwie einen reinkriegt. War ja immer wieder sehr interessant. Ja, aber das Ding musste Joe in dem Fall wirklich auch seine Kappe nehmen. Da war er ein bisschen übermütig. Wurde ja wieder untersucht und da gab es auch wieder fünf Sekunden für Joe, also auch für den war das Rennen dann eigentlich schon gelaufen, könnte man so sagen. Ja, dann hat sich Alonso gedacht, du darfst es gleich ausführen, aber dann hat sich Alonso gedacht, komm, er bringt immer ein bisschen Schwung in die Sache und macht mal seine Spezialtaktik. Das ist wieder so ein typischer Alonso, also da musste ich ja echt schmunzeln. Da hat sich ja der Funk bei Alonso gemeldet gehabt und gemeint, du, der Norris, der kommt in dem Bereich ziemlich nah ran und hat Alonso so ganz dreist geantwortet, ja, ja, lass den mal rankommen, ich mach das ganz absichtlich, der soll da hinter mir so verhungern quasi auf den Geraden und in den Kurven soll er seine Reifen schön verschleißen, das macht er schon schön absichtlich. Der wusste natürlich auch, die müssen jetzt alle mit dem Reifen zu Ende fahren und wenn der Norris dann jetzt quasi in den kurvigen Bereich so nah hinter Alonso her fährt, dann geht es natürlich auf die Vorderreifen und das war schon so geplant von Alonso, der wusste schon, auch der Alpine ist ja von Natur aus immer sehr schnell auf den Geraden, hat man auch wieder gesehen, also Norris beziehungsweise die McLaren, die konnten gegen Alpine nicht wirklich was ausrichten, aber es war halt wieder so eine schöne Aktion von Alonso, also der ist wirklich mit allen wasserschen gewaschen mittlerweile. Das stimmt, der lässt sich da auch nicht aus der Ruhe bringen, oder ich will das sehr intelligent gemacht, muss man echt sagen. Ja, Runde 30 hat sich dann so, beziehungsweise die Runden vorher hat sich so ein bisschen angedeutet, dass Sainz vielleicht dann doch noch ein, zwei Plätze nach vorne kommen könnte. Er hat zumindest mal so vorsichtig angeklopft bei Russell, hat dann auch ein bisschen gebraucht, bis Russell dann einen Fehler gemacht hat, das hat dann bis eine Runde 30 gedauert, also hat dann so drei, vier Runden erst mal so hinterher gefahren, mit der ist auch nicht vorbeigekommen, also da war der Überschuss von Ferrari dann halt doch nicht so groß, aber dann beim erstbesten kleinen Fehler, den Russell dann gemacht hat, da hat dann Sainz ein schönes Überholmanöver gezeigt, nämlich außenrum dann, ja, Vollgas macht er gerade auf diesen Rechtsklick, Russell hat ihm geholfen, also er hat da wirklich, also nicht schwerwiegend, aber hat einen kleinen Fehler gemacht, der ist ein bisschen gerutscht und das hat er halt dann sofort ausnutzen können, anhand von den weicheren Reifen natürlich und frischeren, naja, frischeren eigentlich nicht, aber weicheren Reifen und konnte es ausnutzen, ist dann an ihm vorbeigefahren. wo ich mir dachte, ja, ist geil, aber ich weiß nicht, ob das so dienlich ist, weil noch war nicht klar, versucht er wirklich damit jetzt durchfahren oder geht er eh an die Box? Das wusste, glaube ich, zu dem Zeitpunkt keiner, ja. Ja, richtig. Und er hat ja noch die 5-Sekunden-Strafe, also, keine Ahnung, was der Plan war. Ja, ja, ja. Ja, also auch bei Ferrari war man da irritiert, da hat man ja ständig irgendwie die Buchstaben gewechselt, auf welchen Plan man ist, A, B, C, D, E, F, G, also man hatte ja irgendwie ganz viele Pläne bei Ferrari und zwischenzeitlich war es dann irgendwie Plan A, dann später war es dann Plan D und wir kommen ja dann später noch dazu, also da hat man ja bei Ferrari irgendwie komplett den Überblick verloren, was das eine verbleibende Auto auf der Strecke noch macht gerade. Das war schon mal wieder, wenn es nicht so traurig wäre, ja eigentlich ganz köstlich anzuschauen, was die da wieder verzapfen. Ja, da musste ich grinsen, weil als sie dann gemeint haben, gemeint haben, ja, wir gehen jetzt auf Plan D und dann kamen ja ewig so diese Diskussionen und ja, nein, vielleicht, eventuell, dann hat Ralf Schumacher einfach nur gemeint, ja, ich glaube, er weiß jetzt, was Plan D bedeutet. Plan D heißt einfach nur, wir diskutieren. Da muss ich echt grinsen. Seidens hat sich dann erstmal ja, auf den Weg gemacht, so ein bisschen auch Richtung Paris aufzuholen, hat ein bisschen gedauert, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren es dann so dreieinhalb Sekunden erstmal, als dann Russell vorbeigegangen ist, aber man hat dann auch nach ein paar Runden gesehen, okay, er kommt auch da wieder näher. Ja, dann ist ansonsten erstmal nicht so viel passiert. Rund 36 gab es einen ziemlich, ja, legendären Remake-Funkspruch von, ausgerechnet von Stroll. Er ist aber auch wirklich sehr schön, in der exakt selben Tonlage wie damals Kimi Rai Köhnen gebracht, leave me alone und dann musste ich auch irgendwie grinsen, dass Stroll den Kimi gerade macht. Und man muss auch sagen, da ging es ja glaube ich darum, dass er halt so ein bisschen die Reifen managen soll auch und der Stroll hatte ja bis zum Zeitpunkt auch ein starkes Rennen gezeigt. Er war ja auch auf Platz 10 in den Punkten da zu dem Zeitpunkt, ne? Ja, aber er hat Stück für Stück immer ein bisschen mehr Zeit verloren. Also nicht viel, aber auf die Stunts gesehen könnte es noch gefährlich werden für den, der hinten dran war. Also, andersrum. Für ihn könnte es gefährlich werden und der da hinten dran war, ist Stück für Stück einfach ein bisschen näher gekommen. Und das wollten sie ihm, denke ich, einfach nur vermitteln. Und dann kam halt dieser legendäre Spruch von Kimi, ich vermute mal, nach dem Rennen muss er auch wegen Copyright-Rechten jetzt noch 10.000 Dollar an Kimi überweisen, weil das lässt er sich hier nicht so bieten. Ja, aber das war wirklich, wie du sagst, exakt der gleiche Ton und die Tonart. War echt cool. Ja, war nett, auf jeden Fall, genau. Ja, Runde 38. Gab es wieder eine kleine Kollision, ne? Du hast es sehr schön in deinen Notizen aufgeschrieben, deswegen darfst du mal ausführen. Hab ich ja jetzt aufgeschrieben? Moment, jetzt muss ich mal in meinen Notizen gucken. Äh, jetzt hast du mich aber voll erwischt. Was war denn da? Ah, ja, 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 ja. Magnussen und Latifi, die haben sich gedacht, die arbeiten jetzt mal an einen neuen Sport an. Die reformieren jetzt quasi die Formel 1 und das ist, was Vettel die ganze Zeit fordert und haben sich gemacht, die machen jetzt die Crash-Card-Challenge. Also die Aktion, ja, wir sollten auch nicht verstanden, was da der Plan dahinter war. Also die haben sich ja echt so dermaßen in diese Kurven reingezwängt und beide haben eigentlich keine Chance gehabt, das ansatzweise irgendwie vernünftig über die Bühne zu kriegen. Ja, und das Resultat war, dass sie halt beide neben der Strecke waren und jeder hat sich gefragt, was war das jetzt für eine ganz merkwürdige Aktion? Ja, es war seltsam aus. Ja, Latifi, der war ja heute richtig motiviert, der hat sich gedacht, Mensch, ich versuche jetzt mal Magnussen vorbeizugehen auch noch, was ja normalerweise ein Ding ist, das sieht er in seiner Karriere, glaube ich, einmal, nämlich heute und hat es dann in Kurve 1 rein versucht, hat Magnussen dann sehr weit nach außen gedrückt, der hat aber versucht mitzugehen, ist halt ein typischer Magnussen, der gibt da halt auch nicht klein bei, nächste Kurve geht es genau in die andere Richtung, Latifi war da ein Müh weiter vorne, aber wirklich nur ein Müh weiter vorne, aber dadurch, dass er halt Magnussen ja gar keinen Platz gelassen hat, war der dann halt gezwungen, über den inneren Curb zu fahren, dadurch hat es das Auto so ein bisschen ausgehebelt und ja, dann kam, was kommen musste, beide berühren sich und dann hat es halt geknallt. Resultat war, beide sind sie ausgeschieden, Magnussen ist dann gleich an die Box, der war dann raus. Ne, Latifi ist weitergefahren tatsächlich, der stand zwar sehr lange an der Box, aber er ist nochmal weitergefahren. du musst mal schauen, der wurde dann irgendwann, war er auf Grau, dass er ausgeschieden ist. Okay. Ist mir auch gar nicht aufgefallen, bis ich dann zufällig gesehen habe, hä, wie Latifi ist auch komplett raus. Der war dann wirklich auf Out. Dann war das ein Fehler im Lifetiming, weil der ist dann irgendwann, ich habe dann irgendwann nochmal gesehen, dass er dann angeblich 24 Sekunden in der vorletzten nochmal auf die Strecke zurückgangen ist und die Zahl ist eigentlich auch relativ stabil gewesen, aber dann habe ich den Latifi so ein bisschen aus dem Fokus verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat dann für mich nicht mehr so die Hauptrolle gespielt in dem Rennen. Ja, hatte ich auch. Ich habe dann nur dann so in dem Zeitraum habe ich dann mal geschaut, wie sind doch schon jede Menge eigentlich ausgeschieden. Da habe ich gesagt, ach Latifi ist auch raus. Wurde auch nicht in den Fernsehbildern nichts gezeigt. zugeführt, dass ich Magnus und Latifi beide rausgeschossen habe. Ja, typisch. Gut, aber für beide ging es da eigentlich auch nicht mehr um Punkte da. Nee, aber es ist einfach nur ärgerlich. Auch schon allein wegen dem Verschleiß der Teile und alles. Also ich kann da schon die Teammanager oder die Teamleiter da verstehen, wenn die sagen, Leute, das muss aber auch nicht unbedingt sein. Ja, gut. Also ich sage mal, wenn man sich auf einen Techtelmechtel mit Magnussen einlässt, muss man immer damit rechnen, dass es halt auch mal zu Kontakt kommt. Ja, aber es hat sehr, sehr hirnrissig irgendwie auch ausgesehen. Also ganz merkwürdig. Das war unnötig. Ja, auch an der Stelle war es vielleicht ein bisschen, auch von Latifi ein bisschen zu viel des Guten. Also da muss er auch mehr Platz lassen, weil er hat ja wirklich Magnussen auch so weit von der Strecke gedrückt. Der konnte ja nichts mehr anders machen, muss man ehrlich sagen. Ja, richtig. Selbst wenn er da jetzt vom Gas gegangen wäre, dann hätte er immer noch das Hinterrad von Latifi wahrscheinlich erwischt. insofern, ja gut. Renn und Fall, beide waren ausgeschieden, somit waren beide auch bestraft und haben ein Thema beendet, wie gesagt. Ja. Richtig. Runde 39 haben sich zwei ja um den goldenen Platz hinter dem letzten Punkt duelliert und das waren zwei, die man da so oft ja auch nicht sieht. Albon war auf elf zu dem Zeitpunkt und Vettel hinter ihm und Vettel hat überholt, hat sich den elften Platz dann geholt und da dachte ich mir, also für Albon, der war ja sowieso das ganze Rennen schon immer so irgendwo im Bereich 13, 14. Also das Williams-Upgrade scheint wirklich zu funktionieren, aber halt auch der Aston Martin in dem Rennen dann halt, also dass die da beide dann so nah oder in den Punkten fahren konnten, hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Ja, und dann ist bei mir jedenfalls so eine interessante Rechnung aufgegangen, weil Vettel war dann ungefähr noch 3,5 Sekunden weg und die haben ja beide für ihre Verhältnisse immer ein Stück mehr aufgeholt zu Stroll und dann dachte ich mir, wenn Vettel jetzt dann noch eine kleine Schippe hinlegt, es könnte sich vielleicht ausgehen, dass er an Stroll rankommt. Mal abwarten. Ja, war das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, richtig, genau. Ja, dann hat sich dann so allmählich vorne wieder so ein kleiner Zweikampf angebahnt zwischen Paris und Sainz. Also Sainz ist ja bis zum Zeitpunkt mit den Medium-Reifen sehr gut klargekommen, hat das Tempo hochhalten können und war dann so in Runde 40, 41 war er dann dran und dann gab es eine sehr, sehr, sehr komische Situation und das war das, was wir vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert haben. Ferrari hat scheinbar währenddessen irgendwie schon Tetris gespielt oder sowas, die haben gar nicht geguckt, was die Fahrzeuge haben. Die hatten wohl irgendwo auf dem Zettel stehen, alles klar, Runde 41, da soll der Sainz an die Box und Sainz hat sich aber in der Runde dann eben angeschickt, Paris zu überholen, aber jetzt nicht auf der Geraden, wo man es erwartet hätte, sondern sehr spektakulär und das war wirklich richtig gut gemacht. Das war für mich das Rennen oder das Überholmanöver des Rennens. Der hat es wirklich in den letzten beiden Kurven vorbereitet. Der ist ja wirklich außenrum mitgezogen, um dann in der letzten Kurve innen zu sein und dann als dann von Ferrari kam, du Carlos, Box, 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 das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt gerade. Das muss man sich auch mal vorstellen. Tim sagt, geh jetzt an die Box und sag, ja Moment, ich hab gerade noch was zu tun. Ja, so ein bisschen beschäftigt, genau. Ja, aber das war Plan D, Diskussion. Plan D, Diskussion. Während der Fahrer gerade sein Kontrahenten auf der Strecke überholt, diskutiert man, ob man in die Box geht. Das ist echt Timing. Nee, das ist Ferrari. Also die ganze Situation, dieser Ablauf hat mich so an damals Ferrari erinnert, so Schumann, die Zeit also angefangen hat. Das war ja genauso chaotisch. Ja, 90er Jahre. Ja, das war ja echt der Hammer. Also ich weiß nicht, was die da machen. Die haben doch nur das eine Auto im Feld gehabt. Die müssen doch einfach nur auf den Monitor gucken, wo das gerade rumfährt, was der gerade macht. Also das kann doch nicht sein, dass da 600 Mitarbeiter irgendwie in der Box hocken und nicht wissen, wo der Science gerade rumfährt. Ja, stell dir mal vor, die hätten doch beide Autos. Das wäre total konfus an dem Moment gewesen. Hätte wahrscheinlich der eine wieder die Reifen des anderen draufgerichtet oder sowas. Scheinlich. Oh Mann, sehr irritiert. Ja, und dann war halt dann auch wieder die Frage, ja, was macht Science denn jetzt eigentlich? Fährt er jetzt durch? Kommt jetzt doch noch in die Box? Ich meine, jetzt war er ja an Paris vorbei und es sah jetzt auch nicht so aus, als wenn Paris jetzt irgendwie nochmal groß kontern könnte, sondern es hat ja schon den Eindruck gemacht, dass das Science da so halbwegs wegkommt. Ich meine, da hat es noch die 5-Sekunden-Strafe, aber wenn es durchfahren kann und vielleicht noch 5 Sekunden, selbst wenn es nicht 5 Sekunden gewesen wäre, dann hätte er ja trotzdem noch ziemlich sicher einen vierten Platz geholt. Ja, schwierige Entscheidung. Man hat auch den Fernsehbildern schon gesehen, dass die Reifen, auch wieder der rechte wieder, der rechte vordere, hat schon extrem gelitten. Und es war halt Runde 41, 42. Es waren halt noch über 10 Runden zu fahren. Es ist, uh. Und die Reifen dieses Jahr, die arbeiten ja ein bisschen anders, das heißt nicht so wie letztes Jahr, dass sie dann einfach draufgehen und dann vor sich hin explodieren oder sonst irgendwas passiert, sondern wenn der Reifen abgefahren ist, dann kommt quasi nochmal eine Gummischicht und dann arbeitet der Reifen gar nicht mehr. Der platzt zwar nicht und du hast damit keine Probleme, aber du kriegst kein Tempo mehr, du fährst wie auf Schmierseife und wenn das passiert, dann verliert er noch mehr Zeit, als wenn er jetzt in die Box geht. Schwierige Entscheidung. Ja, also es ist, war schwierig und vor allem halt auch dann, man hat jetzt nur noch 10 Runden, das ist ja auch nicht mehr die Welt. Also es ist nicht so, dass du dann irgendwie mit dem neuen Reifen nochmal die verlorene Zeit wieder gut machen kannst. Also egal, was man sich dabei gedacht hat, es war wieder typisch Ferrari. Also die haben überhaupt keine Übersicht gehabt in dem Rennen, was ihre Fahrer da machen. Ja, es hat alles sehr ungünstig ausgesehen, ja. Das stimmt. Auf jeden Fall, um nochmal auf Paris zurückzukommen, der konnte dann ja eigentlich gar keinen Druck auf Sainz ausüben, der musste dann nach hinten gucken, da kam nämlich noch Russell wieder an, da hat er plötzlich auch wieder Morgenluft geschnuppert, also es hat er eigentlich eher schon den Eindruck gemacht, als hätte Paris die Reifen schon durch, der war ja zu einem Zeitpunkt auf dem Hattenreifen unterwegs und ja, der musste dann auch eher so nach hinten gucken und Russell hat sich dann so die folgende Runde drauf gedacht, oh ja, komm, YOLO, jetzt habe ich einmal die Chance, ich fahre jetzt vorbei. Hat sich dann irgendwie so ganz, ganz, ganz komisch versucht, irgendwie reinzubremsen in diese Schikane rein, nach der Mistralgerade. Es war aber auch sehr, sehr optimistisch, also um nicht zu sagen, es war dumm, das Manöver. Also ich dachte mir auch, eigentlich, wenn da ein Ocon eine Strafe kriegt, hätte das, wäre das auch eine Strafe wert gewesen, weil der ist da wirklich ohne Kompromisse rein und hat halt auch Paris in dem Moment auch keine Chance gelassen, irgendwie die Kurve zu kriegen und er war eindeutig vorne. Also in meinem Kopf war die Regel noch so, wer vorne ist, dem gehört die Kurve und nicht, wer schneller rein sticht und einfach von der Strecke drängt. Richtig, genau. Also er hat ja dann auch Paris wieder von der Strecke gedrückt. Paris ist dann halt die Schikane ausgelassen, ist dann wieder irgendwo bei Sainz rausgekommen, den hat er dann natürlich wieder vorbeigelotst, weil den durfte er so ja nicht überholen. Und ja, ich dachte mir auch, okay, also das werden die Rennkommissare sicherlich mal Untersuchung, aber schlussendlich ist ja nichts passiert, die haben sich ja auch nicht berührt oder sowas. Also insofern Paris hat dann den Vorteil, den er durch das Abkürzen hatte, wieder zurückgegeben und damit war das Thema auch gegessen. Fand ich jetzt auch nicht so ganz die falsche Entscheidung an der Stelle. Naja, gegessen war das Thema für Russell noch überhaupt nicht. Nee, für Russell war das überhaupt nicht, genau. Der hatte dann noch angefangen, so richtig am Funk rumzuholen, wie blöd es jetzt gewesen wäre von Paris, dass der da so reingezogen wäre. Er wäre ja mit dem Vorderrad schon auf Höhe des Hinterrads gewesen. Ja, aber dann ist das Auto immer noch vorne das andere. Ja, genau. Wenn ich halt einfach nicht bremse, natürlich bin ich dann halt am Kurveninneren irgendwo neben einem anderen Auto, aber so kann ich doch kein Rennen fahren. Das ist doch, also das war unnötig, Entschuldigung. So kenne ich Russell ja gar nicht und da muss ich sagen, in dem Moment habe ich mir gedacht, nee Russell, da bist du auch auf dem falschen Dampfer unterwegs und auch das Team hat das so gesehen. Wir haben hundertprozentig nicht die ganzen Funksprüche mitgekriegt, aber es war dann wirklich so weit, dass ein Toto Wolf sich dann einmischt und das passiert ja und also da muss das schon am Funk richtig eskaliert sein, kann ich mir ganz gut vorstellen und da hat ja auch wirklich Russell dann klipp und klar gesagt, ey, mach jetzt den Kopf klar, komm mal runter und überhole ihn einfach anständig in der Rennstrecke, fertig, cool down und gib Feuer. Also der muss da, also denke ich jetzt mal, der muss am Funk richtig eskaliert sein, weil also wenn sich ein Toto Wolf mal einmischt, das ist nicht so häufig der Fall. Richtig, genau, also das war schon interessant, sagen wir es mal so, also der Zweikampf ging dann ja auch noch weiter danach noch. Ja, ja und er hat sich ja nicht nur einmal eingemischt, das waren ja zwei, drei Funksprüche, die sie dann zumindest gezeigt haben sogar, also gehört hat. Also ich wäre da gern Mäuschen gewesen, wie er Russell da richtig abgeht. Das hätte mich doch mal interessiert. Also ich glaube, so klug schätze ich den Russell schon ein, wenn er jetzt im Nachgang die Bilder dann nochmal sieht, dann würde ich auch verstehen, dass das halt eher sein Fehler war in der Situation, also da konnte Paris ja auch wirklich nichts anderes tun. Was soll er machen? Also ich meine, da kann man einfach stehen bleiben an der Kurve, nur weil Russell meint, er tut uns einfach mal nicht bremsen. Ja, es gehört zum Ränggeschehen dazu. So ist es, das will man doch auch einfach sehen und dass man in dem Moment, die Fahrer, wir kennen es ja selber als wir auch Formel 1 oder du fährst ja nach wie vor noch Simracing und alles. Du siehst es halt in dem Moment auch komplett anders und dann schaust du dir mal in Ruhe die Wiederholung an, denkst dir, oh, okay, so habe ich das jetzt auch nicht wahrgenommen. Ich sage nur, nur Lücken in Kurven sehen, wo keine sind. Jetzt werden hier wieder zehn Jahre alte Kamellen ausgegraben. Waren aber trotzdem schön. Ja, gut. Wenn die beiden sich gekloppt haben, hat man sich bei Ferrari gedacht, wir machen heute mal wieder unseren Masterplan und hat Sainz nochmal an die Box geholt. Ja. Ja. Und Sainz hat sich in dem Moment auch gefragt, warum holt ihr mich jetzt nochmal an die Box? Ja. Was genau, was hat das jetzt für einen Zweck? Also da musst du die fünf Sekunden dann erstmal absitzen und kam dann auf Platz neun wieder raus. Also mit frischen Reifen zwar, aber ja, also da war dann eben 30 Sekunden wieder auf das Duo Russell und Paris eben vorne verstrichen. Bei zehn noch zu bleibenden Runden und noch in der Zwischenzeit fünf zu überholenden Autos. Das war gegessen, das Thema. Also maximal wird das ganze Mittelfeld Autos, das er holt, aber dass er nochmal auf Russell oder Paris aufholt, das Thema war einfach komplett außer Frage. Naja, die wollten zumindest die schnellste Runde haben und ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach wirklich ein Sicherheitsstopp war, weil ich weiß es nicht, das ist jetzt reine Spekulation, aber mir wäre es auch zu gefährlich gewesen mit den Reifen, weil das waren echt heiße Temperaturen, da versuchen zum Ende zu fahren. Die haben halt echt nicht mehr gut ausgesehen und wenn du da ungünstig, lass mal den Reifen hochgehen oder beziehungsweise nicht mehr richtig arbeiten, kurz nach der Box, dann verlierst du noch viel mehr Zeit, bloß die fünf Sekunden Stehzeit, die du da auch noch hast, als wenn du jetzt schnell geplant an die Box gehst und das so abfertigst. Ja, schwierig. Andererseits, ich meine, die Lücke zu Alonso war halt einfach auch so groß nach hinten, dass selbst wenn er jetzt irgendwie drei Sekunden langsamer runter gefahren wäre, da wäre Alonso auch nichts mehr dran gekommen. Ja, man weiß es nicht. Oder es war halt einfach komplette Missplanung von Ferrari. Das ist ja, also sagen wir es mal so, Ferrari ist jetzt nicht unbekannt diesbezüglich. Nee, nee. Also wenn, hätte man es dann schon deutlich eher reinholen müssen. Also mindestens so fünf, sechs Runden eher, damit er halt die Zeit wieder gut machen kann. So, das war einfach, also das war komplett und indiskutabel. War nicht gut. Nicht gut. Also er ist dann, seins dann zwischen Runde 44 und 48 hat er sich halt wieder den ganzen Mittelfeldfahrzeugen entledigt. Das ging dann auch ziemlich schnell. Ich meine, gut, da hat er dann eben auch die frischen Reifen gehabt. Da hat er wirklich gar keine Schwierigkeiten mehr gehabt, dann an den anderen Fahrzeugen vorbeizucruisen. Aber sein Rennen war dann im Endeffekt ab dem Zeitpunkt auch beendet. Also Platz fünf oder, ja, Platz fünf warst du dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, war ja dann das Maximum der Gefühle. Wen wir die ganze Zeit noch nicht erwähnt haben mehr, war ein Verstappen, nur so als Grundinformation, der hat seinen Abstand zwischen 3,54 Sekunden gehalten und hat einfach das Rennen zu Ende gefahren. Ne, Quatsch, der ist ja so weiter weggekommen. Ich glaube, Mercedes hat einfach auch zurückgenommen von Hamilton Seite auch her, weil die Zeiten, die haben eigentlich waren grundlegend immer gleich von Verstappen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann hat sich immer mehr Abstand rausgefahren. Zwischenzeitlich mal ein Fehler. Also zum einen muss man sagen, Hamilton ist ja auch ein blitzsauberes Rennen gefahren da vorne. Also da hat er auch gar keinen Fehler gemacht, ist wirklich sehr zügig gefahren, hat eigentlich genau das gemacht, was er machen musste. Ich denke, der wusste auch gegen Verstappen, dass er jetzt nicht wirklich eine Chance hat. Aber den zweiten Platz hat er auch sehr gut verwaltet und er hat einmal hat er halt einen Fehler gemacht. Er ist dann auch so ein bisschen zu weit rausgekommen, über den Körb geräubert und da hat er, glaube ich, mal so sieben, acht Zehntel verloren. Da ist der Abstand ein bisschen aufgegangen, aber ansonsten war das immer so konstant, wie du schon gesagt hast, so dreieinhalb, vier Sekunden ungefähr. Ja, am Ende ist es dann mehr geworden. Ich glaube, dann hat einfach Mercedes auch rausgenommen. Die haben dann auch gemeint, pass auf, es bringt einfach nichts, lass uns Motoren sparen und schlag mich tot, fahr es einfach zu Ende fertig. Ja gut, aber Hamilton hatte ja dann zu dem Zeitpunkt auch die Möglichkeit, das zu tun, weil die Bedrohung durch Sainz, die war ja auch weg, der war ja in der Box und die anderen beiden hinten dran, Paris und Russell, die haben sich ja so gegenseitig gekloppt, die haben sich ja gegenseitig eh so viel Zeit weggenommen, die waren ja auch gar keine Bedrohung mehr für Hamilton. Ja, es war ja auch mal eine ganz kurze Diskussion bei Red Bull, beziehungsweise bei Verstappen, ob das Sinn macht, vielleicht auch nochmal einen Boxenstop zu machen, um hundertprozentig die schnellste Runde zu holen, aber das war dann doch zu optimistisch gedacht. Aber so weit war Hamilton auch nicht weg. Da gab es ja einen kleinen Auslöser dazu und das war ja dann der Ausfall von Joe Gouanio, der in der 49. Runde dann ausgerollt ist. Der stand aber dann so gut, dass es halt in Anführungszeichen nur ein Virtual Safety Car geben musste und da hat man dann bei Verstappen dann ja nochmal nachgeflacht, ob der nochmal für die schnellste Runde machen konnte. Aber das waren ja dann wirklich nur, ich glaube, sieben, acht Sekunden Abstand auf Hamilton zu dem Zeitpunkt und da, ne, das hätte er ja dann auch nicht mehr aufholen können. Richtig. Währenddessen aber, äh, während dieser, ähm, VSC-Phase haben sich Mercedes und Red Bull gegenseitig, äh, gefakt, kann man so sagen, weil die haben sich beide bereit gemacht für einen eventuellen Boxenstopp, so nach dem Motto, es könnte ja sein, dass der Paris reinfährt und haben halt vielleicht gehofft, dass ein, ähm, dass ein, 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 na, ein Russell reinfährt und Paris fährt dann weiter oder umge- und Mercedes hat das umgekehrt gedacht, so hatte ich den Eindruck. Ja, beide sind sie nicht drauf reingefahren, die sind weiter gefahren und haben sie halt wieder ihre Reifen eingepackt. Das habe ich eh nicht so ganz verstanden. Ich glaube, die haben sie einfach nur mal bereitgestellt in der Hoffnung vielleicht, dass ein richtiger Safety Car noch rauskommt, weil für das Virtual Safety Car, selbst wenn jetzt jemand in die Box gekommen wäre, also das waren ja dann nur noch drei Runden oder sowas zu fahren, ähm, diese 15, 20 Sekunden holst du in der Zeit nichts mehr raus. Ja, keine Ahnung, was da der Masterplan ist. Hat auch nicht mal merkwürdig ausgesehen. Ja, merkwürdig ausgesehen hat aber auch die Situation im Virtual Safety Car zwischen Paris und Russell, weil Russell hat dann so ein bisschen Spiele gespielt mit Paris, ne? Da hat er dann zwischenzeitlich schon mal, ähm, sehr nah ran gefahren, wollte dann wohl auch den Paris ein bisschen überraschen, musste dann zwischenzeitlich aber wieder Platz lassen, weil die ja so Tellerzeiten einholen müssen und den Teil beigetragen hat aber auch das Signal fürs Virtual Safety Car, weil ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dieses Virtual Safety Car Ending, das Signal war ja wirklich richtig lang. Also das ist ja, glaube ich, in der 50. Runde schon gekommen und irgendwann in der 51. Runde durften die wieder frei fahren. Also das hatte ja irgendwie eine Dreiviertelrunde Standard Virtual Safety Car Ending da, ohne dass es tatsächlich aufgehoben wurde. Also ich weiß nicht, da gab es wohl auch wieder irgendeine technische Ungereimtheit offensichtlich bei der FIA. Ja, aber es kann passieren. Also kann man, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Du weißt ja auch nicht, ob es vielleicht nur im Fernsehen so falsch dargestellt worden ist und im Rennen nicht oder dass es überall falsch dargestellt worden ist. Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall, was man sagen kann, ist, Ferris hat den Restart so unfassbar verschlafen. Also sowas habe ich selten gesehen. Fandest du? Ja. Also ich fand, oder man hat halt gesehen, dass der halt, also entweder hat er seine Reifen nicht richtig auf Temperatur gehabt, aber der hat ja unfassbar viel Wheelspin beim Restart. Der hat ja eine richtige Spur hinter sich hergezogen und dementsprechend ist er einfach komplett gar nicht aus dem Quark gekommen. Und Russell hat es halt einfach besser hinbekommen in irgendeiner Form. Der hat ihn ja komplett überrumpelt. Also da konnte ja Perris gar nichts machen. Ja, meine ich ja. Ich glaube, der hat es einfach verpennt, hat dann das Signal gemerkt und er ist dann zu schnell aufs Gas gegangen. Ja, und Russell hat es halt so clever gemacht, dass er in dem Moment eigentlich schon langsam angerollt ist, noch im Delta-Phase war und nur noch aufs Gas treten musste. Und der hat ihn einfach so komplett überrumpelt. Also, ui, das hat hat bitter ausgesehen für Perris. Hat sehr bitter ausgesehen. Ja, das war auch noch so ein bisschen das Sahnehäubchen, ne, für sein Rennen. Weil jetzt hat er es auch gedacht, vielleicht noch, okay, jetzt kann er das Podium noch ins Ziel retten. Und jetzt ist dann auch noch Russell vorbei mit dem Mercedes. Aber, was man auch sehr schnell gesehen hat, also der Perris, obwohl er jetzt schon sehr viele Runden unter Druck war von Russell, der war nicht langsamer. Die waren beide eigentlich auf dem gleichen Tempo. Das heißt, der Perris ist jetzt auch nicht irgendwie zurückgefallen, sondern ist wirklich auch konstant drangeblieben, hat dann nochmal versucht zu kontern. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte jetzt eigentlich, dass Russell dann einfach wegfährt. Aber Pustekuchen, dann hat auf einmal Perris ins Aufholjagdhorn geblasen und dann ging es ab. Ja, aber lösen wir es auf, viel ist dann auch nicht mehr passiert. Es wurde noch ein bisschen auf dem Funk rumgeheult mit, ja, du hast die Strecke verlassen. Oh, jetzt hat er sie wieder verlassen. Ach, komm, hör doch auf. Genau, in dem Fall dann eben von Perris jetzt auch die Nörgelrolle von Russell. Ja, genau. Also irgendwas war scheinbar bei den beiden heute, dass die sich gegenseitig nicht so grün waren. Ja, genau. Russell konnte das dann ziemlich gut verteidigen. Ja, und so ging das Rennen dann eigentlich zu Ende. Also Versadden dann ziemlich, ja, unangefochten den Sieg entgegen gefahren. Hamilton unangefochten Platz zwei entgegen gefahren. Russell dann sehr angefochten den Platz drei heimgefahren und Perris dann auf vier. Ja, und Sainz, der dann halt am Schluss noch ein paar schnellste Runden hingelegt hat, dann Platz fünf mitgenommen noch. Ja, und wer sich noch angepirscht hat, war Vettel. Da ging es dann auch in den letzten Runden rein. Die waren ja sehr nah beieinander und Vettel hat sich gedacht, oh ja, so Pünktchen würde mir jetzt auch noch schmecken. Und gegen den eigenen Teamkollegen umso besser. Umso besser. Ja, war sehr knapp. Sah auch tatsächlich nochmal so aus, als wenn Vettel nochmal irgendwo einen Luntz, also tatsächlich einen Dive oder sowas riskiert. Aber ich glaube, der hat sich dann auch so am Ende gedacht, ja, scheiß drauf, bevor man den Punkt jetzt komplett weghauen als Team, ist ja auch die klügere Entscheidung. Dann lieber mitnehmen, dann mein Gott, dann hat er das so einen Punkt. Der aber, muss man auch sagen, wirklich ein sehr gutes Rennen gefahren ist. Ein fehlerloses Rennen vor allen Dingen. Also ich denke, die haben beide jetzt das Beste aus dem Auto rausgeholt. Das hätten wir am Qualitag nie gedacht, dass sie ansatzweise an den Punkten überhaupt schnuppern können. Absolut nicht. Absolut nicht. Also in dem Sinne, ja, beide absolut optimal gefahren. Und ganz wichtig dazu erwähnen, es hat auch nichts damit zu tun, dass so viel ausgefallen sind, weil auch am Anfang und im Mittelteil des Rennens, die waren an der Musik dabei. Also Platz 10, eventuell mal 9. Genau. Der einzige, der wirklich sicher vor den Hinsicht gekommen wäre, wäre Leclerc gewesen. Ja, richtig. Genau. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zum Rendergebnis. Also wie schon erwähnt, Versappen, Hamilton, Russell, das war dann das Podium. Also Red Bull gewinnt, Doppelpodium für Mercedes, Sanperes auf 4, Sainz auf 5, Alonso, auch mit einem starken und ziemlich unangefochtenen sechsten Platz. Also der hat seine Taktik mit ich mach mal die Reifen von Norris kaputt, auch erfolgreich durchführen können. Norris auf 7, Ocon, der hat kurz vor Schluss noch den Ricciardo abgefangen, das haben wir gar nicht erwähnt. Der ist auch noch vorbeigegangen. Auf 8 dann, Ricciardo auf 9, Stroll, wie schon erwähnt, auf 10, Vettel auf 11, Gasly auf 12, Albon auf 13, Bottas auf 14, Mick Schumacher auf 15 und Joe noch gewertet mit technischen Problemen auf 16. Ja, die Ausfälle dann eben, Latifi, Magnussen, Leclerc und Zunoda. Ja, und das war dann das gesamte Feld. Ja, bedeutet dann für die Weltmeisterschaft, ich würde sagen, Max Versappen hat dann mindestens schon mal eine Hand am Titel. Ist jetzt mit 233 Punkten, 63 Punkte vor Leclerc, also da müsste schon Versappen drei Rennen komplett patzen, damit Leclerc da irgendwie rankommt. Paris auf 3, 7 Punkte hinter Leclerc, dann Sainz mit 144 Zellern auf 4, 1 Punkt vor Russell und der hat dann seinerseits 16 Punkte vor Hamilton dann, also auch die beiden Mercedes-Jungs sind da ziemlich nah dran jetzt wieder. Norris auf 7 mit 70 Punkten, Ocon auf 8 mit 56 Punkten, Bottas auf 9 mit 46 Punkten und Alonso auf 10, der heute auch viele Punkte gemacht hat und auf 37 Punkte hochkommt. Magnussen auf 11, Ricciardo auf 12, Gasly auf 13, Vettel auf 14, Schumacher auf 15, Zunoda auf 16, Joe auf 17, Stroll auf 18, Albon auf 19, Latifi auf 20 und ja, Hülkenberg, der muss wieder mit rein, auf 20. Schnellsekunde heute offiziell war Pérez, Quatsch, war aber nach Sainz und Fahrer des Tages offiziell war auch Sainz. Genau, stimmt, das haben wir jetzt irgendwie so ein bisschen durcheinander bekommen. Jetzt bleibt noch die Konstrukteursmeisterschaft, auch da hat Red Bull heute auf Ferrari wieder sehr stark ausgebaut, durch die wenigen Punkte die Sainz nur holen konnte. Jetzt Red Bull mit 396 Punkten vor Ferrari mit 314 Punkten. Mercedes ist auch nur 44 Zähler hinter Ferrari, also mit 270 Punkten auf Platz 3. Da hinten dann Alpine vorbeigegangen an McLaren, also das hat sich ja so ein bisschen abgezeigt in den letzten paar Rennen, dass der Alpine, wenn er mal ankommt, auch schneller ist als der McLaren eventuell. 93 Punkte vor 89 Punkten gegenüber McLaren, Alfa Romeo immer noch auf 6 mit 51 Punkten, Haas auf 7 mit 34 Punkten, Alpha Tauri auf 8 mit 27 Punkten, Aston Martin auf 9 mit 19 Punkten und Williams auf 10 mit 3 Punkten. Ja dann, dann kommen wir doch gleich mal zum Fahrer des Tages. Für mich Carlos Sainz, weil das Überholmanöver gegen Paris, das war ja, nee, war das gegen Paris? Doch, gegen Paris. Genau, gegen Paris. Das war mein Überholmanöver des Tages. Zum einen das, zum anderen, er ist ja von extrem weit hinten losgefahren, er hätte vielleicht das Podium holen können ohne die letzte Boxengeschichte. Das werden wir nie erfahren, ob er da mit den Reifen noch durchgekommen wäre. Gasly hat es ja geschafft. Der ist ja immer dieselben Strategie gefahren wie der Sainz. Insofern, es wäre vielleicht möglich gewesen und eben auch diese Abgeklärer, die er da zwischenzeitlich am Funk hatte und das eben nicht zum ersten Mal, dass er mehr Übersicht hatte als das Team, die eigentlich viel mehr Daten hatten, was die Boxengeschichte angeht, das hat mich schon ein bisschen imponiert. Also da war er für mich jetzt heute tatsächlich der Fahrer des Tages. Ja, machen wir es kurz. Ich schließe mich dem an. Sainz ist auch mein Fahrer des Tages. Wer ist denn der Verlierer des Tages? Oh, sehr schwierig. Ich weiß es nicht. Fang du mal an. Ja, ich habe in dem Sinn kein, ich wüsste jetzt nicht, wen ich als Verlierer des Tages mache. Ja, doch, als Verlierer des Tages würde ich vielleicht doch Perez nehmen. Oh, der hat sich da zweimal echt ungünstig überrumpeln lassen und der hat das ganze Wochenende wieder nicht wirklich beformt, so wie er es eigentlich könnte. Dann hat er es doch mal kurz wieder aufblitzen lassen. Also eigentlich wäre ein dritter Platz Fakt sein müssen. Deswegen Verlierer des Tages. Ja, gut. Also man könnte jetzt ja auch wieder viele nennen. Man könnte es auch wieder sagen, ja, Leclerc mit dem Ausfall ist wieder ein Verlierer des Tages oder vielleicht auch Alfa Romeo durch die Performance. Ich hätte vielleicht noch einen anderen, den ich jetzt mal gerade nennen würde und zwar Gasly, weil der hat jetzt heute wieder so ein Rennen zu vergessen gehabt, ist zwischenzeitlich glaube ich auch mal in irgendeinem Techtelmechtel verwickelt gewesen. Ist glaube ich gedreht worden oder sowas auch nach hinten zurückgefallen und es ist so ein bisschen die Geschichte von seiner Saison bisher. Das Auto ist auch nicht so gut jetzt das Jahr. Er selber tut sich dieses Jahr auch ein bisschen schwieriger gegen Zunoda und jetzt heute das Rennen in seinem eigenen Land, das war jetzt halt auch wieder zum Vergessen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Gasly ist für mich der Verlierer des Tages. Okay. App des Tages? Danke zu euch, eine ganz eindeutige Nummer. Das ist Ferrari. Entschuldigung, also wie man sich so mit den Strategien da so verhauen kann, ich weiß nicht. Vielleicht hätte man mit Leclerc auch das Ding gewinnen können, wenn man den einfach auch dann ein bisschen früher reinkult hätte und vielleicht war auch der Reifen bei Leclerc einfach durch. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, das wäre so die eine Geschichte gewesen und die andere, naja gut, wir haben es besprochen, die Strategie fehlte mit Carlos Sainz. Also das war extrem unglücklich. Auch der Boxenstopp war extrem unglücklich. Entschuldigung, Ferrari, Tapp des Tages, auch mit einem Anzeige Release. Ja, da gehe ich auch wieder mit dir konform. Tapp des Tages, für mich Ferrari. wenn es sich wirklich rausstellt, dass Leclerc wirklich den Fahrfehler selbst gemacht hat, dann ist er eigentlich für mich der Tapp des Tages, weil dann, du kannst nicht als Weltmeister so einen Scheißfehler machen und dann Weltmeister-Anwärter so einen blöden Fehler machen und das Rennen so dermaßen wegwerfen. Aber wenn das jetzt wirklich technischer Defekt war, was wir wahrscheinlich nie erfahren werden, dann ist es wieder Ferrari, Tapp des Tages. Durch die ganzen Konstellationen, die sie dieses Wochenende komplett gebracht haben. Also es war ja, das war ja wirklich wieder so ein Revival Ferrari 90er Jahre. Auf jeden Fall. Und ich sehe da halt irgendwie nicht so wirklich, wie die da mal aus dem Desaster rauskommen. Also das ist ja auch so eine Geschichte der Saison. Also dass die Nebenrennen mehr Diskussionsbedarf haben als das ganze restliche Fahrerfeld oder Teamfeld. Ich weiß nicht, also die diskutieren so viel, also Plan D für Diskussionen ist wirklich passend. Das ist passend. Ach schade, jetzt habe ich ja meinen Gag gar nicht gebracht. Ich habe mir noch eine Notizen gemacht, Ralf Schumacher hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, glaube ich, rund 42, 43 sein zweites Bier aufgemacht. War aber immer ganz lustig, da ist auch der Moderator mal eingeschritten. Man hat des Öfteren mal hinter, also im Mikrofon einfach so einen Glocken gehört, als ob jemand eine Dose aufmacht. und dann hat er irgendwann der andere gemeint, es ist nur Wasser. Ich kann mir so richtig vorstellen, Ralf Schumacher, da sitzt aber sein Bier auf. Oh Gott, das kann ich so langweilig machen. Ja, gut, das war aber auch der Zeitpunkt, ich glaube, da war jetzt, abgesehen von Paris und Sainz, glaube ich, nicht so viel noch unterwegs. Also da war es ja relativ ruhig dann zu dem Zeitpunkt. Habe ich ja schon in der Mitte des Rennens gemeint, das wäre eigentlich ein Rennen gewesen, wo ich definitiv eingeknackt wäre. Also ich wäre da definitiv eingedöst. Hundertprozentig bei dem Rennen. So, wo fahren wir das nächste Mal, wenn ich schon vom Eindösen rede? Ja, Eindösen ist ein sehr gutes Stichwort, denn Ungarn ist das nächste Rennen auch schon kommende Woche wieder. Ich habe es ja, glaube ich, ganz am Anfang des Podcasts schon erwähnt. Das ist nochmal ein Doubleheader, der letzte Doubleheader vor der Sommerpause. Dann eben auf dem Ungaro-Ring das Monaco ohne Leitplanken, könnte man so sagen. Es wird wahrscheinlich genauso viele Überholungen darüber geben, vielleicht ein oder zwei mehr. Man hat ja dann doch immerhin die lange Gerade. Also ich bin gespannt. Man kann ja jetzt auch durch das neue Reglement viel besser folgen. Also vielleicht wird Ungarn ja dieses Jahr tatsächlich deutlich besser. Aber ich sage jetzt mal, vom Schnitt her werden wir wahrscheinlich nicht so viele Überholungen übersehen wie Andervo. Wird auf jeden Fall wieder interessant sein, ob die, ob Ferrari und Red Bull wieder auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind. Heißt eigentlich nicht immer das Ungarn-Rennen, das ist das Monaco für Reichtum. Shit, jetzt habe ich es vergessen. Ne, Monaco für Armrennen. Ja, achso, ja genau. Ungarn ist Monaco für Reichtum, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, wenn er für Reichtum benachteiligt ist. So rum. Achso. Das ist auf jeden Fall sehr viel, sehr viel, ja, schöner ausgedrückt, sagen wir es mal so. Ja, willst du noch ganz kurz sagen, wer der Favorit sein könnte? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich würde jetzt tendenziell mal sagen, wenn der Ferrari hält und die Fahrer auch keine Fehler machen, würde ich in Ungarn vielleicht den Ferrari vorne sehen, aber wir haben es ja das ganze Jahr über gesehen, das ist immer eine extrem knappe Nummer. Und Ungarn ist aber auch eine Strecke, die an Lewis Hamilton sehr entgegenkommt. Also ist ja auch jemand, der da, ich glaube, sieben oder acht Mal schon gewonnen hat. Also auch von dem könnte man da so ein bisschen was erwarten können. Der Mercedes im Run ist auch nicht so unfassbar weit weg gewesen. Ja, ich glaube sogar, dass Mercedes da vielleicht auch nicht so bespucken können. Je nachdem, wie es ist. Also wenn Mercedes es schafft, irgendwie da vorne reinzukommen, das ist wie gesagt, das ist wie in Monaco. Wenn du da in der Pole Position bist, dann bist du relativ safe, wenn dich irgendwas ganz komisches passiert, dass du das Rennen gewinnen wirst. Ja, also wenn Hamilton zu irgendeinem Zeitpunkt in dem Rennen komplett nach vorne kommt, sei es durch einen Safety Car oder irgendwas, dann glaube ich auch, hat er extrem hohe Chancen, das Ding zu gewinnen. Ja, also vielleicht gibt es eine Überraschung. Aber ganz ehrlich sagen, nach den letzten paar Rennen, ich würde es ihm sogar mal gönnen, dass er dieses Jahr am Rennen gewinnt. Ne, da bin ich fies, ich gönne es ihm nicht, aber ich hätte jetzt auch nicht unfassbar viel dagegen, wenn er es mal macht. Ich meine, er ist mit den Punkten so weit weg, ich muss mir keine Sorgen machen, dass er sich den All-Time-Weltmeister-Ditel dieses Jahr schnappt. Da hast du wohl recht, ich gucke gerade mal, der Punkteabstand ist 106 Punkte, also ja, das ist sehr unwahrscheinlich, dass er mit ihm dieses Jahr noch an Versappen rankommt. Deswegen kann er gern auch mal gewinnen, habe ich überhaupt keinen Stress mit. Also nicht falsch verstehen, mir ist es auch egal, wenn er Weltmeister werden würde, wenn er nicht diesen All-Time-Rekord von Michael Schumacher dann auch knacken würde. Also da wäre er alleiniger, ich glaube, neunfacher Weltmeister, es gönne ich ihm nicht. Es reicht schon, wenn er auf der gleichen Stufe ist wie Schumacher, aber nicht besser. Bitte kein Weltmeister-Ditel mehr für Hamilton, danke. Okay, dann wäre das auch schon mal geklärt, ich weiß es ja, aber dann wissen es auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin nie müde genug, das immer zu erwähnen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende, oder? Jetzt haben wir lange genug für eigentlich ein zwischenzeitlich recht unspektakuläres Rennen geredet. Ja. Dann können wir zum Ende gehen. Das ist ja auch ziemlich warm. Können uns das erstmal noch ein Eis gönnen vielleicht. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Das nächste Rennen muss wahrscheinlich ebenso minder warm werden. Also nicht minder warm werden, ist ja direkt vor der Haustür. Insofern wünsche ich euch noch eine schöne, warme Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut doch mal bei uns auf dem Kanal vorbei, auf unserem restlichen Content. Wir haben ja da so ein bisschen was. Alex hat schon angeguckt, hat Simracing was gibt es ein bisschen. Let's Plays haben wir jede Menge ansonsten weitere Podcasts. Es gibt Content ohne Ende und ich glaube, wir sind irgendwo aktuell bei 2500 Videos. Da kann man sich schon mal die Zeit vertreiben dahin, bis das nächste Rennen beziehungsweise der nächste Podcast kommt. Auf jeden Fall. Ich hole jetzt mal die Quietsche Ende raus und gehe planchen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.